Und es ist Freitag und das bedeutet, es ist soweit, was dem Ernie der Bert, was dem Lollek der Bollek ist mir der Mike Stieflagen. Und das ist auch gut so. Und eine Sache ganz klar vorab. Wir haben ja eine wunderbare Freundschaft zu einem schönen, also was Schönes weiß ich nicht, naja, betrachtungsweise sind es ja da keine Kinder. Also gut, wir haben eine tiefgehende Freundschaft zu einem Trading Card Künstler und wir kriegen jetzt endlich, endlich eine Miggity Mike und Kiggity Carsten Trading Card. Ich weiß ja schon, welche Looney Tunes Figur der Mike wird, aber er weiß es noch nicht. Ich bleibe Darkwing Duck, es wird sehr, sehr spannend. Die kommt wohl in der nächsten Woche und Mike ist bestimmt schon ganz auf hier juckelt. Und auf hier juckelt ist er sowieso, weil wir ein großartiges Wochenende vor uns haben. Mit richtig geilen Spielen, großartige Geschichten rund um die Spiele und vor allem natürlich erstmal das Trainerkarussell. Nächste Runde fahren wir rückwärts, rückwärts, kennt ihr alle. So, und darüber müssen wir reden. Und deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig, mit meinem Tee in der Oktopustasse, mit meinem Handsome Brothers T-Shirt, was ich anhabe, jetzt den Mann zu begrüßen, der mir jeden Freitag und jeden Montag versüßt und den ich einfach nicht mehr missen möchte. Miggity Mike Stiefelhagen. Ja, ich werde dir glaube ich wahrscheinlich jetzt erstmal die Laune noch verderben. Ich traue mich auch kaum, das zu sagen. Aber Carsten, ich habe die Zeichnung ja gesehen bei Instagram. Du bist nicht Darkwing Duck, du bist Duffy Duck. Das ist ein feiner, aber kleiner Unterschied. Ich meine, Duffy Duck ist auch sehr cool. Aber Darkwing Duck war noch mal wer anders. Ich glaube, ich weiß noch nicht, Marvin der Marsmensch. Ich mag Marvin den Marsmensch. Mal gucken, ob es in die Richtung geht. Scheiße, woher weißt du das? Echt? Ich habe das irgendwann mal im Podcast erzählt, dass ich den mag. Jetzt mal ohne Kack, das macht mir jetzt, also ich teile mir ja schon mit Roman Kopf. Jetzt muss ich aber auch noch ein anderes Drittel an dich abgeben. Pass auf, nicht, dass du denkst hier, das ist hier jetzt abgekatert worden. Bitte nicht Tweety auf jeden Fall. Nein, Tweety ist raus, Tweety ist raus. Nein, hier. So, pass auf. Hier. Achtung. Geht los. Screenshot kommt. Nicht, dass du denkst hier, Datum und so weiter und so fort. Das war vor einer Woche. So, Achtung. Mike Stiefelhagen. Ich meine, Pepe Le Poo hatten wir auch mal eine Geschichte zu. Das Video in der Saal ist auch cool. Pepe Le Poo hatte ich auch erst überlegt. Aber Pepe Le Poo, wirst du jetzt gleich lachen. Pepe, ach, darf ich das eigentlich sagen? Ja, natürlich kann ich das sagen. Pepe Le Poo wird Jordan Love. Du verstehst schon, Pepe Le Poo, der hatte ja immer Herzen in den Augen. Jordan Love. Verstehst du? Nee, erzähl ich. Erklär ich dir nochmal. Pepe Le Poo. Ja, ja. So, da siehst du es. Guck mal. Letzte Woche wurdest du zu Mike the Martian. Geil. Nehme ich. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Das wird großartig. Großartige Trading Cards. So, apropos Trading. Es geht wild hin und her. Heute ist für Mike Stiefelhagen ein Feiertag. Heute ist der 19. und an diesem 19. morgens stand Mike auf. Er nahm einen Kaffee aus der Gott sei Dank entkalkten Kaffeemaschine, nahm sein Telefon in die Hand und surfte durch dieses sogenannte Internet. Und in diesem sogenannten Internet stolperte er über folgende Nachricht. Bill O'Brien verlässt die New England Patriots, um ans College zurückzugehen. Nicht um da zu lernen, zu studieren oder einen Abschluss zu machen, sondern um da Offensivkoordinator zu sein. Und das war der Moment, wo Mike kurzzeitig, kurzzeitig sich überlegte, schmeiße ich die Kaffeetanzer an die Wand, drehe ich wie der tasmanische Teufel. Da sind wir wieder bei den Looney Tunes. Einmal wild durch die Küche, aber hat er nicht gemacht. Er hat nur das Fenster aufgemacht und hat geschrien. Oh yeah, baby. Und damit ist es offiziell. Bill O'Brien ist nicht mehr bei den Patriots. Ja, also es ist eigentlich nur so vieles. Auch die erste Amtshandlung, die so passiert, seitdem Jared Mayo übernommen hat, sehr sympathisch. Also Bill O'Brien wird wahrscheinlich bei Ohio State anheuern, geht zurück zum College. Ich habe da ein bisschen Angst. Ich meine, er hat ja schon mit ein paar Leuten da erfolgreich zusammengearbeitet. Aber wenn du so hörst, was jetzt andere Quarterbacks noch so über ihn erzählen, dass er teilweise nicht an die geglaubt hat und die lieber Titan werden sollen statt Quarterback, dann wurden sie doch Quarterback und spielen erfolgreich. Ich bin sehr gespannt, was Bill O'Brien macht, weil es ist nicht bei uns. Deswegen ist das sehr, sehr schön. Es ist heute deswegen auch ein Feiertag. Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung auch zu den Patriots ganz kurz. Außer du willst was zu Bill O'Brien sagen. Ich bin aber nur froh, dass du weg. Denn da gab es ja jetzt die offizielle Vorstellung, die erste Pressekonferenz um Jared Mayo, um den neuen Head Coach der Patriots. Und Robert Kraft, der zwar ein bisschen Probleme hatte, den Namen des Bruders von Jared Mayo auszusprechen, aber insgesamt auch einen sehr erfrischten Eindruck gemacht hat. Sie haben ein bisschen darüber gesprochen, wie die Patriots in Zukunft aufgestellt sind. Und die Frage, die wir uns alle gestellt haben, was machen sie denn jetzt auf der General Manager Position? Und ich habe ja auch schon gesagt, ich gehe so ein bisschen davon aus, sie holen niemand Neues direkt rein, weil es unter Kraft noch nie einen GM gab. Da hat Kraft auch schon so ein bisschen ein paar Hinweise gegeben, dass die aktuellen Menschen, die schon im Stuff sind, einfach mehr Aufgaben bekommen und gemeinsam das führen müssen. Und das hat Jared Mayo auch betont bei seiner Vorstellung. Er ist nicht Bill Belichick. Er hat unter Bill Belichick gelernt, aber er will das nicht wie Bill machen, und dass alles über ihn läuft, weil er hatte nicht die Erfahrung dazu, die hatte nur Bill. Er ist selber dabei, dazuzulernen und den Post neu anzugehen. Bedeutet mehr Köche. Ich will jetzt nicht sagen, verderben den Brei, aber es ist eine neue Ausrichtung in der Ära der Patriots, dass nicht alles über eine Person läuft. Ich meine, ich als Schalke habe das schon durch, das war damals mit Felix Marat nicht anders. Irgendwann kommen mehr Köpfe dazu. Das kann natürlich nach vorne losgehen, das kann aber auch nach hinten losgehen. Und deswegen bleibt es ein bisschen abzuwarten. Kraft hat die Tür offen gelassen, sollte es aber so sein, dass er merkt, wir brauchen noch wen, dann kann es auch sein, dass er noch weitere Interviews führt. Aber Stand jetzt wollen die Patriots das so aus ihrem neuen Stuff herauspacken. I've learned to trust my instincts throughout my career, and I trust that Gerard is the right person to lead the Patriots back to the championship-level contention and long-term success. So, it is with great excitement and pleasure Ja, so klang es, als Robert Kraft die Bühne betrat und diese Ankündigung machte. Großartiger Moment in der Geschichte und dann legte der neue Head Coach los. Und eine Sache, da müsst ihr jetzt beim O-Ton genau hinhören, das geht am Anfang ein bisschen unter, der hat einfach Robert Kraft mal einen Spitznamen verpasst, aus dem wir sofort ein T-Shirt machen müssen. Ja, er will ausbilden, er will, ja, alle an einen neuen Level und einen höheren Level heranführen. Aber am Anfang, da ist ein Wort gefallen, das hat mich ein bisschen irritiert. Robert Kraft hat einfach mal von Mayo einen Spitznamen verpasst bekommen. Little Thunder. Kleiner Donner. Okay, also mir fallen viele Namen ein, wenn ich an Robert Kraft denke, aber kleiner Donner, okay. Ich fand viel geiler, dass Robert Kraft in der ersten Nachricht, die du abgespielt hast, so gesagt hat, ja, Jared Mayo wird euer Head Coach und er wird uns wieder auf ein Championship-Level, Containing-Level bringen. So, und dann dachte ich, kommt sowas wie, kein Druck, Bruder. So, du machst das schon. So, du hast genau 754 Tage und 12 Stunden Zeit. Klappt das nicht? Bist du wieder raus, Kollege? Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein gutes Gefühl. Ich fand die Pressekonferenz von Mayo großartig, wie er auch sich komplett zurückgenommen hat und gesagt hat, ja, unter Belichick gelernt, ich meine, er hat selber für uns gespielt, das ist die Patriots-Schule, aber sich bewusst sein, dass er nicht Bill Belichick ist und auch nicht genauso sein kann und zwar daraus gelernt hat und auch Züge davon mitnimmt, aber sein eigenes Ding macht und vor allem sich als Teacher, als Lehrer sieht. Hoch angesehen im Locker-Room. Ich glaube, das ist das Richtige. Ich glaube aber, man wäre schon gut beraten, so jemanden zur Seite zu stellen, weil völlig alles neu, ich glaube, das ist ein bisschen zu utopisch. Deswegen, ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bin da zu wenig drin, wie die ganzen anderen Coaches da ticken tatsächlich, ob das ausreicht oder ob man nicht dann doch noch wen von extern holt. Ja, das ist halt genau der Punkt. Aber es gibt ja immer wieder Dinge, mit denen man nicht rechnet. Also ich habe zum Beispiel Folgendes gelernt unter der Woche. Im Jahr 2014 gab es übrigens ein Tinder-Match mitten in der Antarktis. Wie das funktioniert, da weiß ich nicht, aber war eine Pressemitteilung, die hat mich ziemlich irritiert. Und Pinguine. Ey, die haben ja keine Telefone, die haben ja keinen Daumen. Weißt du nicht. Heimlich? Genau, so der durchschnittliche Pinguine mit dem iPhone. Nein, fand ich nur irritierend. Deswegen kann alles ja, wie gesagt, überraschend auch gut werden. Und ich glaube tatsächlich, ja, aus meiner Sicht wäre Mike Rabel der bessere Kandidat gewesen. Aber das kannst du doch gar nicht sagen. Nein, pass auf, deswegen sage ich doch, der logischere Kandidat von der Erfahrung her, von allem her, was er mitbringen würde. An Werkzeug, du sagst es gerade, also alleine. Aber Mayo ist, ja, dicht dran mit Little Thunder. Und mal gucken, was daraus jetzt wird. Es heißt ja nicht, dass jemand nur, weil er mehr Erfahrung hat, das rein theoretisch besser könnte. Genau, also eigentlich widersprichst du gerade selber. Guck mal, Carsten, du bist Robert Kraft. Du bist der Owner der Patriots und du musst bestimmen, wer der nächste Coach wird. So, Roman Motzkus war dein Coach, war es der Goat unter den Coaches, war der Beste der Besten, ist ein bisschen Jahre gekommen, nehmen wir jetzt einfach mal an. Und geht irgendwann so. Das finde ich jetzt nicht mehr, das kann man nicht sagen. Natürlich nicht, es ist ja nur eine Spekulation, Roman ist auch ein Top-Alter. Dann suchst du einen Nachfolger und es gibt einen Vrabel auf dem Markt, wo du sagst, der bringt alles mit, der war vor zig Jahren auch mal bei uns, super. Du hast aber auch einen Mike Stieflagen da, der diese Aufgabe vielleicht schon nie gemacht hat, den du aber seit Jahren kennst und genau weißt, was für ein Potenzial der hat und wie die Spieler zu ihm sind. Wäre es dann vielleicht doch cleverer, die interne Lösung zu wählen und die offen zu halten, vielleicht auch extern wen zu holen, um diesem Mike Stieflagen oder diesem Mayo dann noch weiter zu helfen. Ich bin bei dir. Von der Außenperspektive, die wir als Fans, Experten haben, Mike Rabel auf dem Markt, Patriots Gesicht, super Coach, Titans, dumm den zu entlassen, bin ich voll bei. Passt Arsch auf einmal zu dieser Franchise, mach es. Aber du, und da sind wir halt nicht jeden Tag beim Training, kennst du noch diesen Jared Mayo, der seit Jahren mit dabei ist, Bill Belichick Handschrift gelernt hat, der Kopf dahinter ist scheinbar, der eigentlich schon woanders angefragt wurde, den du gehalten hast. Warum sagt man, Mike Rabel macht mehr Sinn? Ich finde, das ist ein bisschen zu unfair. Ich würde das jetzt erstmal abwarten. Du kannst in einem Jahr sagen, ob es die Fehlentscheidung war, aber jetzt schon zu sagen, Rabel wäre besser gewesen, da weigere ich mich. Nein, pass auf, ich meine nicht, er wäre besser gewesen. Von der logischen Konsequenz des, wie du gerade sagst, kein Druck, Bruder, schnell die Patriots dahin wieder zurückzubringen, wenn du überlegst, was ist jetzt logisch, nämlich den erfahrenen Handwerker, der in Anführungsstrichen bei MyHammer oder wie diese ganze Zeit, weiß ich ja nicht, 100.000 von Bewerbungen hat, bester Mann hat mein Klo repariert, oder nimmst du jemanden, der gerade erst angefangen hat, wo ich sagen würde, okay, wenn die Scheiße wirklich bis oben unter der Brille steht und der Kurs des Poseidons vorprogrammiert ist, würde ich natürlich auf den renommierten Klempner-Dienst zurückgreifen. Das heißt nicht, dass der junge Klempner das nicht genauso gut kann und vielleicht auch besser kann. Aber Robert Kraft hat sich jetzt entschieden und ich finde es lustig, ich finde es gerade lustig, dass wir tatsächlich, wie bin ich, guck mal, das ist diese Geschichte, wenn man das im Hinterkopf hat, erziehe ich sofort, dass Robert Kraft jetzt den jungen Klempner bestellt hat. Und deswegen ich jetzt lustigerweise gerade über Klempner gestolpert bin, wir haben ja immer diese Teamspecials gemacht und es gab ja tatsächlich Superflush. Also bei den Patriots, als das Stadion eröffnet wurde, war der Wasserdruck für die Toiletten nicht gegeben und dann mussten die Patriots-Mitarbeiter alle Toiletten gleichzeitig auf Ansage des Stadionsprecher als Test mal spülen. So bin ich wahrscheinlich auf Klempner gekommen. Mein Unterbewusstsein ist schon eine komische Veranstaltung. Ja, kurze Frage nochmal zu dem Take mit den jungen Coaches. Von den acht Mannschaften, die wir gerade in den Playoffs haben, wie viele von den neuen Headcoaches in dieser Saison sind, also ist da jemand dabei, der als älterer Held dazu geholt wurde und noch dabei ist oder ist da jemand Junges mit dabei? Ich will auf die McOryans hinaus, wo ja auch viele gesagt haben, boah, ob das die richtige Aufgabe ist. Das ist ja noch ein viel größerer Umbruch gewesen mit noch einem neuen GM und so weiter, neuer Quarterback, alles neu. Und der führt die Texans in die Playoffs. Und es gibt andere Coaches, wie ein Arthur Smith, der schon irgendwo war, zu den Falcons geht und es drei Jahre nicht geschissen bekommt. Man darf es natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt ja auch andere Beispiele. Aber ich glaube, dass in jüngerer Vergangenheit Dan Campbell, auch Tight End Coach, plötzlich Head Coach, das kann absolut Sinn machen. Also ich bin Fan davon und ich finde Mike Vrabel trotzdem gut. Und ich würde auch nicht Geld darauf setzen, dass Mike Vrabel nicht eines Tages irgendwann mal doch Patriots-Coach wird. Aber jetzt zu sagen, Jared Mayo, der Typ, der jeden Tag sich einen Arsch aufreißt, die Spieler weiterentwickelt, unsere beste Unit trainiert seit Jahren, der ist es. Und der Auftritt bei der PK hat mich zumindest positiv gestimmt, dem Mann eine Chance zu geben und nicht zu sagen, wer anders wäre vielleicht besser gewesen. Das kann man dann irgendwann bewerten. Und ich bin mir sicher, Mike Vrabel wird einen anderen guten Job finden, weil dafür ist es so gut, jetzt arbeitslos zu bleiben. Ich bin all in mit Mayo, nicht nur wegen Kaffee mit Mayo und freue mich. Kaffee mit Mayo. Habe ich heute tatsächlich, heute Morgen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, du weißt ja, ich saß im Wartezimmer, hatte meine Airports drin und habe so ein bisschen durchgescrollt, was so alles Thema ist. Und da habe ich auf der Seite von unserem Freund Will Levis wieder diese Mayo-Nummer gesehen. Wirklich, ich saß da und ich weiß, du hast es probiert. Ich weiß es. Aber allein beim Gedanken zieht sich bei mir immer alles zusammen. Ich sage dir, also wirklich, Real Talk jetzt, das ist wirklich nicht so schlimm. Da habe ich schon viel, 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 viel schlimmere und ekelhafte Sachen gemacht. Ich würde es jetzt auch nicht jeden Tag machen, allein aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, so eine Packung Mayo-Fett in deinem Kaffee ist nicht so geil. Aber es schmeckt einfach nur cremiger. Man darf nicht den Mayo-Geschmack mit dem Kaffeegeschmack mixen. So schmeckt es nicht. Es schmeckt einfach wie Kaffee, nur mit einer Art von Sahne. Ein bisschen cremiger. Okay, siehst du, habe ich wieder was gelernt. Wenn ihr es ausprobieren wollt, macht es. Ihr könnt es aber auch lassen. Das ist auch kein To-Do, tatsächlich. Ihr könnt es auch lassen. Das ist doch gut. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, ja, habe ich ja. Pass auf. Also, wir beginnen ja unsere Folge teilweise, einfach mal aus Gründen, mit dem Wort Moinsinger. Dazu haben wir eine Sprachnachricht. Moin, hier ist euer Markus aus Ostfriesland. Ist jetzt zu keinem Spiel meine Frage, sondern nur, woher kommt eigentlich das Moinsinger? Als Ostfriesen sagt man ja immer Moin. Und Moin, Moin ist ja schon Gekaule. Moinsinger, das habe ich vor eurem Podcast nie gehört. Und jetzt nach Jahren frage ich mich, woher das eigentlich kommt. Vielleicht war das mal in irgendeiner Folge und ich habe das eben verpasst oder verpeilt. Und das Nächste ist der Superbowl-Rücknäher und die Teams, die noch drin sind. Von dem besitze ich kein Jersey. Der frage ich mich, wann die Pille für den Mann-Jerseys ankommen. Ja, schönen Tag noch. Tschö. Ja, wenn der Ostfriese Tschö sagt, dann ist da was schiefgelaufen. Ja, Moinsinger kommt ganz klasse. Ich weiß gar nicht, aus welcher schlechten deutschen Komödie das kam. Habe ich mir irgendwann mal so aus Spaß angewöhnt, mit zu Maik zu sagen. Und so kam eigentlich Moinsinger zustande. Das Wort gibt es nicht. Keiner sagt Moinsinger. Wir schon. Ich glaube, das kommt bei dir. Wir hatten schon eine Folge, wo du Markus Kuhn eine WhatsApp geschrieben hast mit Moinsinger. Hör mal, wie läuft es eigentlich? Und das hast du erzählt. Und dann meinte ich auch, was ist denn Moinsinger? Und dann hat sich das irgendwie etabliert. Das ist wie Kustis Poseidon. Wir haben so ein paar Podcast-Insider. Also die Leute, auch hier bei Twitch, haben so ein Moinsinger-Emote. Also es hat sich auf jeden Fall in so eine Pelennario-Community gefressen. Das ist wie so. Das geht immer. Moinsinger und so geht immer. Ja, apropos so, ich war gestern noch der Post 247,50 Euro an Porto. Alles ist unterwegs. Alles ist unterwegs, bis auf ein Jazzy. Das werde ich jetzt aber nicht verraten. Der kriegt das persönlich geliefert nachher. Das liegt eh auf meinem Weg. Ich habe gedacht, mal gucken, wie der guckt, Maik. Ich klingel einfach. Freig. Hast du schon eine neue Folge gehört? Nee, dann nicht. Dann kriegst du dein Paket nicht. Ich bin ja böse. Diese fiese Lache, ja. Da hat man wieder Duffy, Darkwing Duck da. Darkwing Duck. Nein, ich bin ja Duffy Duck. Das wird gut. Ich habe also auf die Training-Card habe ich richtig Bock mit dir. So, damit hätten wir das Moinsinger durch. Und dann habe ich noch was gesehen heute Morgen beim Arzt. Also außer Sprechstundenhilfen und hektischen Menschen. Habe ich dann im Internet was gesehen. Und Maik sagt ja immer, man muss das recherchieren. Ich habe das dann tatsächlich recherchiert. Und zwar mehrfach. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe eine Sprachnachricht gehört, die genau lustigerweise dieselbe Frage stellt. Moin Karsten, Moin Maik. Wie macht er das? Hm, vielleicht weil die Jets vielleicht Aaron Rodgers mit seinem ehemaligen Buddy aus Green Bay-Zeiten auf der Wide Receiver-Position vereinigen wollen. Also für mich ist das ein klares Zeichen, dass die Jets the Winter Adams ranholen wollen in der Off-Season. Weil er hat ja die 17 und die ist ja jetzt frei. Und das macht Gerrit Wilson wahrscheinlich nicht einfach so, oder? Wie seht ihr denn das? Schöne Grüße. Tschüssi. Ging mir ähnlich. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hm, was mag der Grund sein? Ja, also sagen wir es mal so, Maik. Das Zeitfenster von Aaron Rodgers bei den Jets, einen Superbowl zu gewinnen, ist ja um 365 Tage kürzer geworden. Ja. Holt man jetzt tatsächlich, also erfüllt man ihm den nächsten Wunsch? Oder glaubt tatsächlich Devonta Adams an, Raiders Football funktioniert nächstes Jahr richtig gut? Ich bin gespannt. Ähm, ja, es hat nichts damit zu tun. Das sind einfach irgendwelche wilden Gerüchte. Ich meine, Devonta Adams wird wahrscheinlich ein Thema bei den Jets sein. Sie werden versuchen, ihn zu bekommen. Aber es macht doch gar keinen Sinn. Du gibst dann die Nummer nicht schon auf, bevor der Deal durch ist. Du wirst wahrscheinlich, wenn es so ist, Adams die Nummer versprechen. Dann auf Wilson zu gehen und das sagen. Aber warum sollte Wilson das jetzt schon verkünden? Wenn man genauer recherchiert, liest man, dass dieser Numberswap bereits seit einem Jahr geplant ist, weil Wilson einfach die Nummer haben wollte von Jets Panther Thomas Morstert. Die 5. Wilson hat einfach Bock auf die 5. Es hat nichts mit der 17, nichts mit Devonta Adams zu tun. Es kann natürlich trotzdem jetzt noch perfekt passen, klar. Aber es macht, also von der Reihenfolge, der Ereignisse würde es ja keinen Sinn machen, erst die Nummer freizugeben und dann den Deal anzufragen und den Deal durchzuziehen. Ich glaube nicht, dass das an dieser Nummer hängt. Das ist vielleicht so ein Goodie, was du machst. War ja auch schon damals bei manchen Quarterbacks so, dass dann, ich erinnere an Tom Brady und Godwin damals, der dann freigemacht hat. Der hat ja auch nicht vier Monate vorher die Nummer gewechselt. Also das ist ein wildes Gerücht und leider Quatsch, was nicht heißt, dass nicht doch vielleicht Adams irgendwann mal kommt. Die Adams Family, auch großartig, eiskaltes Händchen. Weiß ich nicht. Ja, gebe ich dir auch recht, aber irgendwie, also kennst du das, also es wäre dämonisch nicht auf meinen Dämon zu hören. Ich habe da so ein, so ein, so ein, so ein, ich komme, aber ich will meine Nummer. Ja, okay, dann mache ich erstmal, klar, Schiff hier, ich kläre das alles. Ich bin gespannt. Also bei den Jets traue ich momentan alles zu. Den traue ich momentan alles zu. Hintenrum durch die kalte Küche ins Auge, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, was haben wir noch? Es gibt einiges. Wir können, wir können, ich habe hier ein paar Sachen auch noch liegen. Ich würde sagen, wir machen erst ein paar allgemeine Themen und gehen dann Richtung Divisional Round, oder? Ist das ein schöner Vorschlag? Das ist ein schöner Vorschlag. Ich hätte noch was zu den Eagles, wenn du das auch hast. Also, sagen wir es mal so. Mike Stiefelhagen, ich habe heute eine eigene Rubrik zu jedem Spiel eigentlich und zu den Eagles. aus Mikes Lieblingsrubrik. Fragen von Journalisten, die die Welt nicht braucht. Fletcher Cox, seines Zeichens Leader der Defense, steht im Locker Room. Neben ihm steht ein Journalist, der, ich weiß nicht, ob er Matt Patricia kopieren will, hat eine Schirmmütze auf und schräg unter der Schirmmütze seinen Bleistift stecken. Und stellt Fletcher Cox folgende Frage. Mann, ich weiß nicht, ob er das eine Schmermütze sein wird, You're a clown, man. So, egal, auch wie die anderen Journalisten lachen in dem Moment. Also ganz klassisch, Journalisten, die jetzt schon versuchen, Nick Ceriani rauszuschreiben, rauszufragen. Aber Fletcher Cox sagt ganz deutlich, Entdecker, was bist du für ein Clown, halt die Backen. Zu Recht. Also man sieht daran, also den Locker-Room scheint er tatsächlich im Gegensatz zu vielen Gerüchten nicht verloren zu haben, Mike. Ja, zumindest ein Spieler. Ist ja die Frage, wie es die anderen sehen. Aber ich finde auch, die Eagles, also Howie Roseman, ist jetzt kein Nasebohrer. Der ist eigentlich bekannt dafür, ein guter GM zu sein. Der wird sich das alles mal anschauen und Gespräche führen. Ich glaube auch, dass weniger Seriani vielleicht das Problem war, sondern vielmehr auch der Stuff dahinter. Die Eagles haben einen Downfall erlebt, wie selten. Und das gilt es aufzuarbeiten. Aber alles nur in den Headcoach zu knüpfen. Ich meine, er hat sich keinen Gefallen getan mit seinen teils wirklich arroganten Aussagen und Verhaltensweisen in den Jahren, nicht nur dieses Jahr. Also in dieser Saison. Aber jetzt alles auf Seriani zu stützen, bin ich auch kein Freund von. Ich glaube, er ist ja auch noch ein junger Coach. Er wird auch dazulernen, in dieser Rolle vielleicht hier und da anders zu fungieren. Ja, also am Ende ist es den Marktprüfen. Wenn Mike Vrabel noch auf dem Markt ist und du hast das Gefühl, Mike Vrabel kann das besser als Seriani, wirst du einen Swap machen. Wenn du auf dem Markt niemanden besseren findest und lieber Seriani die Chance geben willst, sich zu entwickeln, bleibst bei Seriani. Und Fletcher Cox hat da auf jeden Fall eine klare Meinung, die ich auch cool finde, dass er sie äußert, dass er da öffentlich Rückendeckung gibt. Ja, vor allem wirklich diese Fragen. Also Digi, du bist gerade in den Playoffs raus. Stell doch mal einfach, also hab doch auch mal Respekt für die Menschen, die das gerade verarbeiten müssen. Also das ist immer so, ja, oh Digga, Ja, es gibt halt manche Medienredaktionen, die sind darauf aus und manche eben weniger. Ich feiere das auch nicht so. Oder halt dann auch manchmal auch persönliche Journalisten, klar. Ja, das braucht kein Mensch. Brauch kein Mensch. So, damit habe ich alles durch, jetzt bist du dran. Gib vor. Gib vor, okay. Wie wäre es damit, dass die Cowboys Jerry Jones, der so wütend war, sich auf jeden Fall darauf committet hat, dass Mike McCarthy Cowboys-Coach bleibt? Ich glaube, zwei Sekunden später war der Rande-E-Artikel von irgendwem online, Fehler, sie hätten Belichick holen müssen. Jerry Jones bleibt. Hast du den geschrieben? Nein, 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 nein. Ich habe nur angemerkt tatsächlich, dass ich es schön fände, wenn wir bei den ganzen Kommentaren, die wir schreiben, nicht immer nur negativ sind. Also wir haben, glaube ich, der Crescot muss weg, wir haben geschrieben, Nick Sirianni muss weg, wir haben geschrieben, Mike McCarthy muss weg, also irgendwann, wenn alle weg sind, ist ja keiner mehr da. Irgendwann müssen wir mal einen positiven Kommentar schreiben. Das habe ich mal in die Runde getragen. Also ein paar Sachen kannst du ja wirklich argumentieren, das ist auch in Ordnung. Nur ich fände es schön, wenn es eine Balance gibt und man nicht nur draufhaut. Aber es ist meine persönliche Empfindung. Ja, Mike McCarthy kommt zurück. Das ist ja das, was ich in der letzten Folge ein bisschen angedeutet habe, dass man den Markt prüft und guckt, was wären die besseren Optionen. Belichick wäre wahrscheinlich eine Idee gewesen, aber das mit Jerry Jones hat wahrscheinlich einfach nicht, oder hätte wahrscheinlich einfach nicht funktioniert. Zwei große Köpfe, die da mitentscheiden wollen. Trotzdem Mike McCarthy, erste Situation wird sein, was passiert mit Dan Quinn? Braucht er einen neuen Defensive Coordinator? Bleibt Dan Quinn? Dan Quinn hat vielleicht auch draufgehofft, diesen Posten zu übernehmen. Also bei den Cowboys wird es nicht ruhiger. Und natürlich die Situation mit Dak Prescott. Ist er noch der Richtige? Ist er nicht der Richtige? Also alles Sachen, die jetzt zu klären sind. Aber dass man so schnell sich wieder auf Mike McCarthy committet, hat mich auch ein bisschen verwundert, ist jetzt aber passiert. Ja, er macht auch tendenziell Sinn, wenn du keine vernünftige Alternative parat hast. Nochmal, 12-5 ist eine extrem geile Bilanz. Hintereinander. Also es ist ja nicht ein One-Hit-Wonder, so a la, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie die ganzen Bands heißen. Wenn man aber jetzt sich, tatsächlich genau wie du sagst, wenn man sich überlegt, was ist die Alternative, ja, du hast in den Playoffs verloren, du hast aber wegen so vieler Nebenschauplätze und Diskussionen abseits des Feldes dich nicht auf das Spiel fokussiert und somit die Leistung nicht auf den Rasen gebracht. Gib doch einfach diesem Konstrukt, was du ja gerade hast, was ja zu zwölf Siegen in der Saison geführt hat. Einfach eine Chance. Ja, was mich bei Mike McCarthy so ein bisschen stört, ich finde, er ist ein guter Coach. Er ist ein guter Coach, dafür ein gutes Playbook zu entwickeln mit seinem Stuff und einem Team wirklich, egal ob Packers oder Cowboys, in die Playoffs zu führen und eine starke Regular Season zu spielen. Was er für mich schon in mehreren Spielen bewiesen hat, er hat Probleme damit, in Einzelspielen gut zu coachen. Also wenn jetzt irgendwie die Vorbereitung auf ein wichtiges Spiel und dann mögliche Adjustments, wenn der Gegner sich auf Mike McCarthy eingestellt hat. Der Gegner schaut sich natürlich diese 17, 18 Spiele von Mike McCarthy's Mannschaft an und überlegt sich für dieses eine Spiel vielleicht auch eine Idee, eine Strategie, das auszuhebeln. Und wenn diese angepasste Mannschaft um die Ecke kommt, dann habe ich oft das Gefühl, dass Mike McCarthy die Argumente oder die Waffen dagegen fehlen und er nur diese eine Spur fahren kann, die er halt ausgearbeitet hat. Und ich glaube, das ist etwas, ich meine, er ist schon ein erfahrener Coach, vielleicht braucht er da auch ein bisschen Hilfe vom Stuff. Da sehe ich Schwachpunkte. Und dann ist halt die Frage, ob du als Franchise es dir reicht, dauernd in die Playoffs zu kommen oder ob du nicht auch mal weitergehen willst. Und ich meine, in den letzten Jahren war es immer wieder der Fall, dass die Cowboys in einem, dem einen Playoffspiel komplett outcoacht wurden. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr eine Seltenheit. Das war das Einzige, was ich anbringe bei der Nummer. Aber ja, ich glaube, Mike McCarthy ist auf jeden Fall ein solider, guter NFL-Coach. Es ist genau das, was du sagst. Es ist teilweise dieses Festhalten an einem Konstrukt, was du dir vor einem Spiel überlegt hast. Da muss definitiv nachgebessert werden. Da sind wir aber, und das ist eben jetzt auch wieder der Punkt, auch im Koordinatorenbereich. Es ist ja nicht nur, und das meine ich ja wirklich jetzt ernst, du stehst als Headcoach, du überlegst dir einen Gameplan für das Spiel. Jetzt geht das Spiel los, wie gegen Green Bay. Jetzt liegst du plötzlich hinten. Jetzt musst du eigentlich was tun. Und da sind dann natürlich auch die Koordinatoren gefordert. Und deswegen, das Gesamtcoaching-Karussell, was sich da dreht gerade, hat in Dallas angehalten, weil man gesagt hat, okay, wir haben Headcoach, wir haben Koordinatoren, wir haben alles. Wir glauben an das Konstrukt, sonst hätten wir keine zwölf Siege eingefahren. Aber was meiner Meinung nach der große Fehler ist, ist, dass diese Maschine, wie ich sie jetzt nenne, zum Beispiel, bestes Beispiel war das Packerspiel, zu träge arbeitet. Das ist sowas wie eine Dampfmaschine, die fängt erstmal langsam an Druck aufzubauen, dann ist das Spiel schon vorbei. Das muss eigentlich wie ein Hochpräzisionsrechner, zick, zack, 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 sofort funktionieren. Haben wir bei anderen Teams gesehen, da sind es dann teilweise die Koordinatoren, die plötzlich eine Offense umbauen, da spielt man ganz, in der zweiten Hälfte anders, haben wir in der ganzen Saison mehrfach erlebt. Das muss Dallas irgendwie in den Griff kriegen, dann kann dieses Konstrukt auch weiter funktionieren. Und was ich auch nicht so richtig weiß oder mir unsicher bin, ob nicht heimlich eigentlich dieses Football-Team zwei Headcoaches hatte. Weil Dan Quinn dann doch auch eine sehr autoritäre Person ist und natürlich seine Defense da hochlebt und die auch ja tolle Zahlen geliefert haben. Ich hatte hier und da bei manchen Aussagen der Spieler fast das Gefühl, dass Dan Quinn der Headcoach ist und nicht Mike McCarthy. Und Michael Parsons, der gerne auch über Social Media und Internet seine Meinung vertritt, was ich eigentlich ja ganz cool finde. Solange sie nicht zu in viele Interne ausplaudert, der hat ja schon so gesagt, ja, wenn Dan Quinn vielleicht irgendwo hingeht, keine Ahnung, vielleicht nimmt er mich ja mit. Und das sind so Aussagen, weiß ich nicht, die da gefährlich sind, sage ich mal. Also vielleicht täte es Mike McCarthy wirklich gut, wenn Dan Quinn woanders hingeht. Nicht, weil Dan Quinn schlechter Coach ist, sondern um vielleicht dann noch mehr seinen Stiefel, Stempel, was auch immer, Schuhabdruck aufzudrücken. Den Stiefelhaken. Genau, genau. Soviel zu den Cowboys. Also Mike McCarthy bleibt und hat eine neue Mission. Dan Quinn ist noch offen. Dann hatten wir ja noch Mike Tomlin hier thematisiert, Tomlinisiert. Tomlinisiert. Wir haben ihn Tomlinisiert. Wir haben sein Meme ja auch hochleben lassen, wie er die Pressekonferenz verlässt, angesprochen. Er hat noch einen Jahrvertrag und es gibt Gerüchte, dass er vielleicht gehen könnte, Sabbatjah machen könnte. Er wird wohl, also er kommt zurück, das ist das Erste für sein Jahr und der Owner, Rooney, glaube ich ist sein Name, hat bereits verkündet, dass sie daran arbeiten, seinen Vertrag zu verlängern. Also soviel dazu. Tomlin auch sehr gut gelaunt bei der Pressekonferenz gewesen, musste glaube ich über sich selber ein bisschen schmunzeln und hat klargemacht, er wird nirgendwo hingehen. Er macht sein Ding weiter. Rooney der Zweite, so war sein Name. Perfekt. Also ja, halten wir das Gerüchte auch geklärt. Sehr schön, dass viele Journalisten sicher die Tastatur hohenbund getippt haben. Er bleibt, er geht nicht. Das habe ich noch zu den Steelers. Hast du noch einen Tag? Schön, ich freue mich, dass Tomlin bleibt, oder? Ist cool. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch und großartiges Statement übrigens von Mason Rudolph, der sich bedankt und sagt, ich bin stolz auf jeden einzelnen Steelers-Spieler, der zum Ende der Saison so gekämpft hat und den Glauben niemals aufgegeben hat. Mag ich, mag ich. Bodenständig nicht von sich reden, sondern einfach mal die anderen loben. Fand ich gut, fand ich gut. Fand ich auch gut. Dann fragt jetzt gerade Sinte, was wir zu den Gerüchten sagen, dass die Bears, es sind übrigens nicht so die Bears, es gibt einige Teams, die da drin sind, Cliff Kingsbury womöglich als Offensive Coordinator verpflichten möchten. Ich bin da gar nicht so skeptisch, wie Carstens Stöhnen das vermuten lässt. Ich finde nämlich, dass Cliff Kingsbury kein guter NFL-Head-Coach war, aber er war ein guter College-Coach und er hat auf jeden Fall offensiv Ideen und vielleicht hilft er einem Justin Fields. Also auf der Position des Offensive Coordinators, sag ich, du bist per se gegen Cliff Kingsbury. Nein. Ich bin, pass auf, du hast jetzt in deiner Rechnung, ich bin jetzt, wie meine damals wirklich gut aussehende Mathelehrerin, Frau Treder, in deiner Rechnung hast du also den Weg zwar richtig gewählt, lieber Mai, aber das Ergebnis ist leider falsch. Denn es geht ja nicht nur um Kingsbury als Offensiv-Koordinator bei den Bears, sondern Kingsbury war ja jetzt am College der Offensiv-Koordinator und Quarterback von Caleb Williams. Ah ja, true. Und somit ist durch diese, ja und wir unterhalten uns jetzt mit Coach Kingsbury, für mich eigentlich völlig klar, was die Bears machen, nämlich in diesem typischen Bears-Move, einfach nicht mal jemandem Zeit zu geben, sondern einfach mal zu sagen, ja, dann holen wir den, der kann ja mit dem, also gib ihm doch gleich einfach die Schlüssel und übertrag die ganze Bumse inklusive Soldier Field direkt auf den Namen Caleb Williams. Das ist mir schon wieder zu viel All-In. Der Gedanke fehlt mir gerade, das stimmt. Er war natürlich der College-Coach von Caleb Williams und was dann eher darauf hindeuten würde, dass sie für ihn gehen. Aber wenn sie in diesen Weg gehen wollen, macht das ja dann trotzdem Sinn. Also wenn du Caleb Williams holen willst, dann macht es auch so den Cliff Kingsbury zu holen, dann ist es wieder ein vernünftiger Move, weil wenn du All-In gehst, dann halt richtig. Ich finde es auch nicht gut, ich finde auch, wahrscheinlich wäre Fields die bessere Nummer gewesen, aber das ist dann ein Gerücht mit Hand und Fuß. Ich habe, also ich darf ja, eine Meinung haben. Ich bin ja ein erwachsener Mann. Ich habe, kennst du, also so ein Bauchgefühl. Ja, du hörst beim Tippen immer auf dein Bauchgefühl. Meistens schlägst du mich dann rigoros. Ja, letzte Runde, alles falsch getippt. Ja gut, da hast du nicht auf dein Bauchgefühl gehört. Da hast du anders getippt. Ich habe ein Bauchgefühl, ich habe mich jetzt lange, und das wisst ihr, ich beschäftige mich viel mit College-Football. Ich habe die komplette Karriere von Caleb Williams verfolgt. Ich habe die komplette Karriere Vorschuss Lorbeeren, hatte so ein bisschen Spencer-Rettler-Style. Hat mir teilweise nicht gefallen, wie er spielt. Er sucht immer den tiefen Ball, geht nicht wirklich durch die Progression, sondern immer, ja, ich muss Highlight-Tape, ich muss Highlight-Tape. Da waren teilweise, also im 15er-Bereich waren Spieler frei, im 10er-Bereich waren Spieler frei. Aber er zimmert das eine Ding tief, also in complete pass. So wie ich gedacht habe, Digga, nimm doch mal das First Down, statt immer tief zu gehen. Dann die Aussage, ja, wenn ich gedraftet werde, möchte ich aber auch gerne Anteile an der Franchise, damit ich dann mitentscheiden kann, wie die sportliche Zukunft aussieht. Okay, Diggi, du hast noch nicht einen Snap in der NFL gespielt, aber machst schon einen auf dicke Hose. Okay. Ich habe da ein ganz merkwürdiges Gefühl. Dieses merkwürdige Gefühl hatte ich tatsächlich das letzte Mal bei Jamarcus Russell, dem absoluten Draft-Bust bei den Oakland Raiders damals. Ich weiß gar nicht, also irgendwo waren sie jedenfalls immer noch die Raiders. Und ich habe kein gutes Gefühl und ich glaube, dass für die Bears, die jetzt gerade ja diesen Aufwärtstrend erlebt haben, wo wir am Ende gesagt haben, boah, das sind geile Football-Spiele, die die spielen, glaube ich, kann das, weißt du, so Mitch Trubisky-mäßig als Boomerang hinten am Kopf knallen und das tut weh. Meine Meinung. Es kann passieren. Es kann absolut passieren. Also ich bin auf jeden Fall fernab zu sagen, ich weiß, wie es laufen wird. Es gibt halt Weg A und Weg B und wir sind beide eher bei Weg B. Die sind wahrscheinlich eher bei Weg A. Müssen wir mal gucken, was entschieden wird. Frage noch aus dem Chat war, glaube ich, wo ist es? Was sagt er dazu, dass Pickett schon als Starting QB genannt wurde? Habe ich noch nichts zu gelesen, Matt Frog? Wenn das so sein sollte, keine Ahnung. Wir haben noch einen Draft vor uns. Also ich glaube, das passiert nur sehr viel, bis es weitergeht mit den Steelers. Ich habe hier noch stehen, dass wir noch eine Meldung verkünden, dass wir einen Spieler haben, der in der, wie vergleicht man das? Also einer der größten Namen im Rugby-Sport, ein Rohdiamant, ein absolutes Top-Talent, wechselt oder hat sich dazu entschlossen, beim International Pair-Fray-Programm mitzumachen, um ein NFL-Spieler zu werden. Es geht um den Valiser Luis Rees-Zammet. Werdet ihr wahrscheinlich eher nicht von gehört haben, außer ihr seid auch tief im Rugby drin. Das ist aber wirklich einer der besten Spieler seines Landes und Wales ist tatsächlich eines der besseren Nationen im Rugby. Und was ihn vor allem so interessant macht für viele Teams vielleicht, ist sein Speed, weil er rein vom Dash schneller auf eine höhere Höchstgeschwindigkeit kommt als ein Tyreek Hill, der ja bekanntermaßen mit der schnellste NFL-Spieler ist. Und der entscheidet sich jetzt mit 22. Ich meine, Rugby auch ein großartiger Sport. Wenn man jetzt aber überlegt, wenn du der Rugby-Topstar bist und wenn du der NFL-Topstar bist, du verdienst wahrscheinlich mehr für deinen Sport in American Football. Der hat gesagt, ich drehe der Rugby-Welt den Rücken zu und werde Footballer. Das ist schon ein riesen, riesen Schritt. Das ist zu vergleichen, ich weiß nicht, wenn das größte deutsche Fußballtalent sagt, ich spiele jetzt Baseball. Keine Ahnung. Das ist schon krass. Also die ganzen Verlieser sind am Boden zerstört. Ich bin sehr sicher, dass dieses Programm auch erfolgreich durchgeht und dann bei einem Team landen wird. Welche Position, keine Ahnung. Er muss jetzt selber natürlich schauen, was für ihn passt. Bei dem Speed liegt natürlich Receiver sehr, sehr nahe, wenn er den Ball gut fangen kann. Aber das ist mal, es gab ja schon einige, Jordan Mayata, der vom Rugby in die NFL gegangen ist, aber jetzt so ein Speedster ist schon was Neues. Finde ich mal cool. Jordan Mayata hat es vorgemacht. Also nicht nur tatsächlich, ja direkt, eigentlich, ja festgestellt, ich verdiene mit Rugby kein Geld mehr. Das war nämlich tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Und ist dann von den South Sydney Rediots einfach mal in die NFL. großartiger Weg. Als Offensive Tackle, als OT. Wusstest du übrigens, dass der bei The Masked Singer teilgenommen hat? Ja, du kennst auch diese Eagles-CD mit Jason Kelce, der Mann kann singen, das ist Wahnsinn. Aber er hat nur den zwölften Platz belegt. Sinti schreibt da rein, Receiver, Running Back wird da bisher gelistet. Er selber hat eine Aussage getätigt, dass er es selber noch nicht weiß. Da ist mir noch ziemlich Latte, als was er gelistet wird. gibt es heutzutage Coaches, die drehen da schnell rum. Der letzte Spieler war Christian Wade 2019, der versucht hat vom Rugby zur NFL zu kommen. Der hat das nur in dem Preseason-Kader der Builds geschafft und nie ein Spiel absolviert. Also man muss vorsichtig bleiben. Ja, nur. Auf jeden Fall. Nur ist natürlich da ein bisschen hochgegriffen von mir. Bin gespannt. Der Mann ist 1,91 groß und läuft die 100 Meter unter 11 Sekunden. Also mal sehen, bei welchem Team Bill Belichick landet und ihn dann holt. Gut, das ist auch die Meinung, die ich unterbringen wollte. Und wir haben das Thema ja auch thematisiert. Kirby Joseph denn gegen Tyler Higby, der Hitz, der Higby das Kreuzband gerissen hat. Da gibt es jetzt Aussagen und ein Mic'd Up, was immer veröffentlicht wurde. Einmal Matthew Stafford, der direkt danach hingegangen ist und gesagt hat, das war ein guter Treffer, aber du weißt, das war schmutzig, das war ekelhaft und ihn ein bisschen getrashtalkt hat. Und Dan Campbell, der jetzt danach auf der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde und da auch ganz klar seinen Spieler verteidigt hat und Tenor war, das ist nicht schmutzig, das ist unsere Defense, unsere Art Football zu spielen. Ich sage den Jungs immer, zielt nicht auf den Helm oder auf den Kopf besser gesagt, sondern auf den Oberschenkel. Ich finde es gut, dass er als Coach seinen Spieler verteidigt, weil auf Kirby Joseph natürlich sehr, sehr viel eingeprasselt ist über Social Media, dadurch, dass er eben mehrere Spieler jetzt schon verletzt hat und er hat auch jetzt ganz öffentlich gesagt, es ist nicht seine Absicht, Spieler zu verletzen. Aber die Reaktionen unter dieser Pressekonferenz gehen natürlich in die falsche Richtung, wenn jetzt ein Spieler mehrere Kreuzbänder von anderen Spielern reißt und du sagst, das ist unsere Art Football zu spielen. Dan Campbell will natürlich sagen, es ist die Art harte Defense zu spielen, aber faire Defense. Er möchte natürlich nicht sagen, wir wollen Kreuzbänder reißen. Das in diesem Kontext hat jetzt, glaube ich, den Lions nicht geholfen, weil auch so Aussagen, ich sage mal, Spielern immer sollen den Kopf hochgeben, gucken, was sie tacklen und du siehst halt in den Bildern, wie der Kopf unten ist. Hat nicht ganz geholfen, wird denen aber, glaube ich, auch egal sein. Ich glaube, sobald die Lions jetzt dann, dann können wir gleich über die Divisional Round reden, gegen die Bucks spielen, wird keiner mehr über Kirby Joseph und Higby reden, außer er macht wieder was. Deswegen, ich glaube, das ist ein Thema, das kocht jetzt zwischen den Spielen hoch und wird dann spätestens nach der Divisional Round hoffentlich fertig sein. Ja, ist halt eine Kollisionssportart, kann passieren, sollte nicht passieren, aber passiert halt immer wieder und natürlich ist es eine Bären, also wirklich eine bärenstarke Bären, ist jetzt auch blöd, das ist ja der direkte Rival, eine löwenstarke Defense, die natürlich, und so fällst du halt, große Spieler, du wichst halt 50 von weniger, so, kann leider dann immer passieren, ist, ja, ich will es nicht Kollateralschaden nennen, aber es ist einfach, es gehört zum Spiel leider dazu und ich fand es gut, dass Dan Quinn, er hat nur falsche Worte gewählt, er hat es ein bisschen falsch ausgedrückt, aber da hat Campbell tatsächlich so ein bisschen die falschen Worte gewählt, grundsätzlich, er hat es so ein bisschen gestottert, er wollte schon das Richtige sagen, also klar ist es eine Kollisionssportart und klar passiert sowas immer wieder, wenn der gleiche Spieler das mehrfach macht und halt auch gerne das Knie statt den Schenkeln nur mitnimmt, bin ich bei der Kritik voll bei, also ihr habt das ja auch bei Social Media gelesen, ich finde es aber, und da bin ich jetzt auf der regelbuchtechnischen Seite auch schwierig und das haben wir hier auch schon in einem Jahr über häufiger thematisiert, wie soll ein Verteidiger noch den Offensivspieler verstoppen, es sind Entscheidungen, die in kurzer Zeit gefällt werden müssen, du darfst nicht auf den Kopf, du darfst nicht, du musst auf so viele Dinge achten und selber noch versuchen den Gegner zu stoppen, ich fände es schön, wenn da die NFL in der nächsten Offseason nochmal guckt, weil ich fände es nicht schön, wenn ein Spieler, und das ist dann auch irgendwann auffällig, mehrere Spieler deutlich verletzt und ich unterstelle ihm da auch keine Absicht, aber ich glaube, er ist so ein bisschen, wenn es passiert, dann passiert es und da bin ich halt persönlich kein Fan von. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Ne, da kommen wir nicht weiter, weil wenn es passiert, passiert es, gehört halt dazu. Also weißt du, das ist so, als wenn, ich sage das immer zu meinen Spielern gesagt, wenn du Boxen gehst und wenn du Boxen als Sport entscheidest, dann kannst du nicht deiner Mutter versprechen, dass die Nase heil bleibt. Aber es ist doch trotzdem auffällig, dass er mehrere Spieler verletzt und andere Spieler auf seiner Position tun das nicht. Also wenn du das sagst, ist ja schon auffällig, dass ein, also ich kenne nicht so vieles, Defensive Backs, die innerhalb von zwei, drei Wochen zwei Kreuzbänder von Titans kaputt machen und Justin Jefferson davor auch kaputt gemacht hat. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Ich bin ja bei dir, das kann immer passieren. Es ist Football, es ist eine Sportart, wo man zusammenkracht. Da kann immer irgendwer drauf fallen, aber ich sag mal, das Risiko in Kauf zu nehmen, jemanden schwer zu verletzen und das mehrfach hintereinander, da wird es mir irgendwann persönlich zu viel. Ich bin aber auch voll bei auf der Seite der Verteidiger, ich meine, ein Gartner Johnson oder auch ein Tom Brady hat es ja vor ein paar Wochen erst gesagt mit, Quarterbacks sollen die Receiver nicht in so Situationen bringen. Du musst auch an den Verteidiger denken und dem eine klare, eine klare Marschrute an die Hand geben, was darfst du und was darfst du nicht. Und ich bin der Meinung, man sollte in der Offseason das Thema sich nochmal anschauen und da eine klare Regel vorgeben, weil so ist es mir zu schwammig zu sagen, okay, Oberschenkel geht klar. Ich meine, er hat den Oberschenkel getroffen, für mich haut er auch das Knie weg, das zweimal, das will ich nicht sehen und zwischen Knie und Oberschenkel ist nicht so viel Platz, also es ist ja auch eine Zentimeterentscheidung, ist auch nicht so einfach für einen Defender, also es ist ein leidiges Thema, aber das nur wegzukehren mit, ja, ist halt Football passiert, ist ja bei jemandem, der mehrere Wochen, mehrere Kreuzbänder weghaut, zu einfach. Gebe ich dir teilweise recht, das Problem ist, mit der Einführung der, du darfst da oben nicht und das darfst du nicht und das darfst du nicht, ist natürlich der Trefferbereich. Ist so viel, ja. Genau, ist der Trefferbereich für jeden Defensespieler geringer geworden. Wenn wir diese klassische Tackle-Tube, das ist ein Reifen, den du benutzt, um Tackle, also jetzt gemäß der neuen Regeln, Tackle zu erlernen, was man auch mit Jugendspielern, das mache ich immer wieder, ist natürlich völlig klar, die gehen aufs Bein. So, dass das Bein, ja, in der Mitte, das hochempfindliche, und das ist ja wirklich mehrere, Außenband, Innenband und so weiter und so fort, dass das ein hoch sensibles Konstrukt ist, was natürlich schnell kaputt gehen kann, ist völlig klar. Aber, und da sind wir wieder bei, solange wir nicht Flagfootball spielen, musst du jemanden ja irgendwie stoppen. Ja, wenn man darfst, ja. Horsecaller geht nicht, klar, aus Gründen, du kannst auch einen Wirbel brechen, Helm geht nicht, weil natürlich, ja, wir wollen keine Gehirnerschütterung sehen. Es ist eine, es ist eine schwierige Geschichte und da sollten sich vielleicht einfach mal viele, viele Menschen mit viel Erfahrung im NFL-Büro zusammensetzen und sagen, okay, pass auf, es macht keinen Sinn, wenn wir Spieler mit Knieverletzungen verlieren. Wenn du, und das habe ich selber erlebt, wenn du dieses Tackle auf echtem Rasen durchführst, rutscht das Bein weg. Das könnte zum Beispiel helfen. Da sind wir wieder bei diesem extrem griffigen Astro-Turf oder Kunstrasen oder was auch immer da verbaut ist. Ich würde mir wünschen, dass man einen Weg findet, dass das Ganze wieder wie früher funktioniert, dass man einfach abrutscht und dann ist gut. Aber das ist alles schwierig und das ist eben genau der Punkt. Wo willst du, ich will ja auch, Ja, schwierig ist es auf jeden Fall. Wir sind ja wieder bei Ryan Chazier, weißt du, also ich will ja auch, dass ein, 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 ich finde halt diese, diese Reifenübung, der Vergleich hing so ein bisschen, weil bei dieser Reifenübung versuchst du zu tacklen, du versuchst ja kein Knie zu tacklen. Ein Reifen hat keine Knie. Das ist leider nicht ganz richtig. Nein, aber das ist ja die Höhe. Die Höhe. Ja, richtig, aber du willst ja nicht das Knie treffen, du willst den Oberschenkel treffen. Und das ist halt ein Unterschied, ob, wenn er so nur in den Schenkel kracht, dann reißt nicht das Kreuzband von Higby, sondern er wird nur zu Boden gebracht, im besten Fall. Wenn er natürlich das Knie bei Hawkinson und bei Higby so trifft, dann ist, dann ist halt Tschüss, dann ist Ciao, dann fällt der Spieler sieben, acht Monate raus, verpasst den Anfang der nächsten Saison. Und mir ist bewusst, dass es ein schmaler Grat ist zwischen Knie und Oberschenkel und du das nicht immer perfekt timen kannst. Aber wenn das mehrfach passiert, bin ich der Meinung, musst du was dagegen tun, weil du bist auch irgendwo in der Verantwortung. Und so ist es ja auch bei anderen Sportarten. Und deswegen mag ich das bei anderen Sportarten, also ich nenne es mal Rugby. Du bist auch dafür verantwortlich, wie es dem Gegner geht. Du sollst ihn stoppen, klar ist es dein Job, aber du sollst ihn nicht in Kauf nehmen, schlimm zu verletzen. Und ey, wir können da wahrscheinlich jetzt drei Stunden drüber reden und verschiedene Beispiele bringen. Wir wollen weder Ryan Chazier, dass du dir beim Tacklen was tust, du willst aber weder sehen, wie mehrfach die Kreuzbänder kaputt gehen. Du willst aber auch keine Concussion, es gibt so viel, was du nicht willst. Du willst ja einfach nur einen fairen Football und dass der Spieler gestoppt wird. Aber ich bin dagegen, dass sowas mehrfach passiert und du einfach sagst, jo, passiert, dann ist es halt so. Also bin ich ganz stark der Meinung, das ist nicht richtig. Um es Neudeutsch zu sagen. Word. So. Was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben, außer der Chat hat jetzt noch irgendwas zu besprechen. Wir haben ja viele Spiele noch, über die wir viel reden wollen. Ich gucke nochmal kurz auf die Startseite. Tomlin haben wir, wir haben auch O'Brien. Andrews könnte für die Ravens wieder zurückkommen. Das ist vielleicht ein schöner Übergang, über das erste Spiel zu reden. Wir haben die Houston Texans. Vielleicht das Team der Stunde so ein bisschen. Ja. Gegen die Baltimore Ravens, die natürlich darauf hoffen, dass ihr Tight End, Mark Andrews, wieder fit wird, was immer noch nicht ganz klar wird, ob er es schafft. Ja, Mark Andrews, seit Woche 11 hat er gefehlt. Das müssen wir nochmal dazu sagen. Also die Offense der Ravens, das nehmen wir uns jetzt als erstes mal vor. Das Heimteam wird zu Hause wahrscheinlich auf Flügeln getragen werden von einem Crowd, der sagt, ja, das ist jetzt unsere Chance. John Harbo, der weiß, wie es ist, in den Playoffs zu gewinnen, der weiß aber auch, wie es ist, in den Playoffs direkt nach einem Spiel rauszufliegen. Die Ravens hatten eine Bye-Week und ich bin immer kein Freund davon, die Bye-Week gleich mit Favoritenrolle gleichzusetzen. Denn, das ist auch der Punkt, du kommst aus einem Rhythmus raus. Klar kannst du den geschundenen Körper erholen, du kannst dich, ja, in die Eiswanne öfter legen, du kannst dich massieren lassen, du kannst einfach mal in Ruhe schlafen, ohne dass dir das Kreuz weh tut. Wir alle springen mal kurz zurück auf Mikes Anekdote von Christian McCaffreys Badezimmer-Video, wie der blau und grün geprügelte Körper aussah. Aber der Kopf kommt aus dem Rhythmus und die Houston Texans kommen nicht mit Rhythmus, sondern mit Rückenwind. Ja, drei Wochen lang haben die Starter jetzt nicht gespielt. Also ich bin auch voll bei dir, das kann nicht aus dem Rhythmus bringen und die Texans kommen da angezündet vom Browns-Spiel um die Ecke und wollen natürlich Baltimore erobern. Es ist ein Auswärtsspiel für die Texans. Aber dennoch, sie haben eine der besten Defenses, sie haben eine der besten Offenses und sie haben vielleicht auch den MVP-Kandidaten der Regular Season auf der Quarterback-Position oder einen der Kandidaten mit Lama Jackson. Man darf trotzdem nicht vergessen, bisher hat Lama Jackson in den Playoffs einen negativen Rekord und bisher hat er mehr Turnover als Touchdown-Pässe in den Playoffs. Also irgendwie, also ich will jetzt nicht vom Fluch reden, aber Lama Jackson ist in den Playoffs noch nicht zu Hause und jetzt will er gegen CJ Strouds Texans spielen und vor allem die Texans Defense mit dem Michael Ryans hat ja gezeigt gegen die Browns, was sie in der Lage sind zu tun und ich finde es sehr schön Mic'd Up, was nochmal jetzt veröffentlicht worden ist von dem Michael Ryans, wie er Harris vor seinem Pick nochmal genau sagt, was er als Verteidiger tun soll, damit er Fleckow gleich den Ball abluchsen kann, war großartig. Wie er als ehemals, also Ryans war ja auch Verteidiger, seinem Spieler nochmal mitgibt, was er tun soll, das ist Coaching par excellence und es wird auf die Coaching-Position ja auch ankommen, wie Bobby Slovic mit seiner Offense gegen diese Ravens Defense brillieren möchte. 64% unserer Zuschauer, Zuhörer tippen auf die Ravens, die sagen, schön und gut, Texans Märchen, aber das endet in Baltimore. 64% klingt sehr deutlich. Eine Sache müssen wir aber auch nochmal ganz deutlich betonen, bevor wir jetzt wirklich in Spieler und Match-Ups und ETC alles das, was diese Partie ausmachen wird, eintauchen. Eine Sache ist völlig klar. Die Baltimore Ravens Defense, ja, Mama Mia, das sind aber die Besten, der Besten, der Besten. Da mal Fresser. Ja, sind sie, sind sie, aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, Baltimore's Defense lässt am Boden tatsächlich 109,4 Yards zu. Lässt durch die Luft 191 Yards zu. Das sind an sich gute Werte, aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, wenn wir uns die Defense der Houston Texans angucken, die lassen zum Beispiel am Boden nur 96,7 Yards zu. Also rein theoretisch eine bessere Rush Defense. Was macht Baltimore gerne? Laufen. Aber, eine Sache möchte ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Die Houston Texans sind das Team, was die beste, mit Abstand, allerbeste Defense der abgelaufenen NFL-Saison mal kurz entzaubert hat. Ja, zu Hause, aber sie komplett entzaubert hat. Und deswegen sehe ich jetzt diese 64 Prozent zwar realistisch an, aber ich würde tatsächlich so ein 58, also, ich würde von der 64 vielleicht gerne ein paar Prozentpunkte abziehen. Denn für mich ist es immer ganz wichtig, wenn man Momentum hat. Und Houston kommt mit Momentum nach Baltimore. Wir haben natürlich hier eine bärenstarke Defense, das steht außer Frage. Körperfresser, habe ich mal in der Bild geschrieben. Wir haben Justin Madubuike, der tatsächlich seinen ersten Pro Bowl erreicht hat. 13 Sacks, dann haben wir Rocon Smith, guten Tag erstmal, 158 Tackles. Dann haben wir Patrick Queen, ja, 133 Tackles. Und dann haben wir, ja, der letzte Sack hat ihm dann das Geld eingebracht, Jadavion Clowney. Das ist da vorne Krawall und Remy Demi in Personal Union. Und ich glaube, dass die das aber gegen Larry Mietanzel und Co. nicht so leicht haben werden, wie wir alle denken. Ja, wir dürfen nicht vergessen, wie die Texans letzte Woche gegen die Browns gespielt haben. Da war nichts mit bester Defense der Liga. Also die beste Defense hatten die Browns, was erlaubte Yards angeht. Die Ravens haben die beste Defense, wenn es darum geht, auch selber zu scoren. Also da muss Stroud auf jeden Fall aufpassen, wohin er den Ball wirft. Es gibt nur so ein paar Vergleiche und auch ein kleines Déjà-vu aus der Vergangenheit, wo ich bei dir bin. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, 2019 war das Jahr, wo die Ravens auch eine sehr dominante Regular Season hatten, den Nummer 1 Seed in der AFC hatten und Lama Jackson wurde MVP und im ersten Spiel nach zig Wochen Pause gegen die Tennessee Titans hat Derrick Henry seinen grunden Boden gelaufen und sie haben das Spiel verloren. Und es war bereits zweimal der Fall, dass Lama Jackson in den Playoffs ein Heimspiel hatte und er hat beide Male als Favorit das Spiel verloren. Ich glaube, das zweite Mal war er ein bisschen krank vorher, ein bisschen angeschlagen oder nicht ganz bei 100%. Trotzdem sind da Statistiken, die du jetzt den du immer rauskramst und anschaust. Auf der anderen Seite Habau, wenn ein Rookie-Quarterback bei ihm gespielt hat, steht da 17 zu 2. Also er hat das zweimal gegen Rookie-Quarterback verloren, wenn er Quarterback in Baltimore war. Das sind wieder Statistiken für die Ravens. Ich glaube, es wird ein geiles Football-Spiel. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch das, auf das ich mich am meisten freue. Ich freue mich auch auf Mahomes gegen Allen und so, aber Texans-Ravens, das ist so das Spiel, wo die beiden spannendsten Quarterbacks mit den kreativsten Calls auch. Und ich habe so ein Gefühl, es wird auf den letzten Drive ankommen. Ich glaube, es wird der letzte Drive sein, wo entweder Stroud oder Jackson nochmal eine Minute hat oder ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, vielleicht ein, zwei Timeouts und du das Spiel für dein Team gewinnen kannst. Und dann ist die Frage, wem traut dir das eher zu? Einen CJ Stroud gegen diese Ravens-Defense, die Mannschaft nochmal zum Sieg zu führen oder Lama Jackson? Und wenn ich mir diese Frage so stelle, ich meine, ich habe in der Wildcard alles falsch getippt, vielleicht freut es jetzt auch die Houston-Fans, dann glaube ich, dass Lama Jackson doch durch seine Erfahrung nochmal eher der Quarterback ist, der das schafft. Wenn ihr mich fragt, wen wünsche ich mir weiter? Sag ich zu 100% die Texans. Ich fände das geil, wenn die Texans nochmal weitergekommen. Also ich bin komplett auf den Texans-Hype-Train. Ich bin, ich will, dass die Texans in den Superbowl kommen, zu 100%, ist jetzt mein Team. Aber ich glaube, und ich lag letztes Mal daneben, ich glaube, dass die Ravens das machen. Ich tippe auch auf Baltimore. Wir müssen eine Sache noch, mal ganz kurz hervorheben. Die Houston Texans bekommen es mit einem extrem mobilen Quarterback zu tun, der im Lauf sehr gut werfen kann, allerdings auch inzwischen einer der besten Pocket-Passer ist, sonst würden wir nicht über ihn als potenziellen MVP reden. Aber der Lauf, und das ist eben genau das, was ihn ausmacht, war eben kurz aus nichts Yards zu machen. Dazu haben wir noch Gus Edwards und Justin Hill. Justin Hill tatsächlich, ja, die haben ja schon mal gegeneinander gespielt, nämlich in Woche 1. zwei Rushing-Tutdowns. Aber jetzt kommt's, ja, wenn's alles gut läuft, dann lass uns doch einfach nochmal shoppen gehen und was Schönes holen. Ja, David Cook. David Cook laut eigener Aussage jetzt im 53er-Kader wird spielen und ja, hat gesagt, er ist sehr motiviert, sein Team und vor allem, und das jetzt kommt's, Jadavian Clowney endlich seinen Traum vom Superbowl zu ermöglichen. Also da merkst du schon, der ist angekommen, der ist schon teamorientiert und wenn dann auch noch Mark Andrews zurückkommt, dann hast du natürlich Lauf-Kurzpassspiel und wir brauchen nicht drüber zu sprechen, Isaiah Likely hat das richtig gut gemacht, das heißt, du hättest zwei Titans, also Kurzpass- und Mittelpassspiel extrem wichtig und dann natürlich ganz klar Save Flowers oder Beckham Junior, der auch immer besser wurde im Laufe der Saison. Also, ich bin mal sehr gespannt, was die Baltimore Ravens da offensiv-technisch in die Waagschale werfen. Ich kann mir momentan, kann ich mir nicht vorstellen, also ich habe kein Gefühl dafür, wie sie ihren ersten Drive orchestrieren werden, denn du weißt ja, der erste Drive-Mic ist immer geschrieben, der ist immer gescriptet, da weichst du auch nicht von ab, damit du einfach das Momentum aufbauen kannst. Wenn ich jetzt Offensiv-Koordinator der Ravens wäre, ich weiß nicht, wie ich diese Houston-Defense knacken wollen würde. Ja, du musst mit Druck rechnen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die McRhyons dann die Jungs so einstellen wird, dass Slammer Jackson keine schöne Zeit haben wird. Ja, vielleicht spielen die drei Wochen Pause dann doch eine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Ravens erstmal ein bisschen brauchen, um in ihren Rhythmus zu kommen. Und vielleicht ist genau diese Early-Phase im Spiel die Phase, die die Texans ausnutzen müssen, um vielleicht ein, zwei Scores vorne zu liegen und die Ravens unter Druck zu setzen. Ihr merkt, so viele Szenarien sind möglich. Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Ich fände es, also ich meine, das Match-Up gab es diese Saison schon, da haben die Ravens 25 zu 9 gewonnen. Das war aber auch Woche 2, glaube ich, oder so. Woche 1. Woche 1 sogar, sehr früh. Das sind zwei verschiedene andere Teams seitdem. Ich freue mich. Es ist alles möglich. Das Einzige, was ich mir nicht vorstellen kann, dass die Texans wirklich komplett die Ravens überrollen wie die Browns. Ich hoffe nicht, dass die Ravens die Texans überrollen. Das hätten die Texans nicht verdient. Und ich glaube eher, es wird ein Spiel bis zum letzten Drive. Was ist dein Tipp auch, Ravens? Demiko Reins könnte der erste Rookie-Head-Coach sein nach Matt LeFleur in 2019, der das Conference-Championship-Game erreicht. CJ Stroud, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, extrem abgebrühte, um nicht zu sagen abgewichste Performance, die er abgeliefert hat gegen die wohl, ja, die Defense, die er im wenigsten Jahr zulässt. Hat ihn nicht interessiert. Devin Singletary auf Seiten der Houston Texans, der hat auch richtig gut funktioniert. Einfach mal ganz kurz, guten Tag, 66 Yards und ein Touchdown. Aber es ist das Passspiel. Das Passspiel. Wenn ich die Baltimore Ravens wäre, würde ich mir extreme Sorgen machen um Nico Collins, John Mechie, Robert Woods und vor allem, und das finde ich so geil, der alte Hautdegen, der alte Recke, der wieder da ist, Dalton Schulz. Ich persönlich habe so ein Bauchgefühl und es wäre, wie gesagt, heute dämonisch nicht auf meinen Dämon zu hören. Ich glaube, von meinem Kopf her, als Experte, als der Mensch, der das beruflich seit drölfhundert Jahren macht, würde ich sagen, gegen die Ravens zu tippen, wäre völlig bekloppt. Ich mache es aber trotzdem. Ich glaube an CJ Stroud und ich glaube vor allem an die Mick O'Rhyons. Glaube ich irgendwie dran. Ich glaube tatsächlich, die Houston Texans gewinnen das Ding. Ich wünsche mir, dass du recht hast. Dann tippe ich oder logge ich für dich ein Houston Texans, um die Zahlen noch von vorhin nachzuliefern. Lamar Jackson hat sieben Turnover in seiner Playoff-Karriere und vier Touchdown-Bälle. Das ist nicht so gut und er steht 1-3 in den Playoffs und er wäre der erste Quarterback, der es schaffen könnte, wenn er jetzt MVP wird, mehr MVP Awards zu haben als Playoff-Siege. Und Stroud und Jackson haben gleich viele Playoff-Siege bisher, beide haben einen. Also das, man kann die Texans hochhypen auf jeden Fall. Dorton Schulz, alter Haudegen, der ist 27 Jahre alt, wird gerade reingeschrieben. Ja, der ist schon lang dabei, wollten wir sagen. Nein, nach Wechsel und wieder zurück und ja, und hier hat es nicht so gut funktioniert. Mal gucken, ob er es noch drauf hat. Das meine ich damit. 27 ist für NFL-Verhältnisse, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die durchschnittliche NFL-Karriere dauert 3,1 oder 3,2 Jahre. Wenn du mit 22 in die NFL kommst, ist 27 schon für NFL-Verhältnisse nicht mehr der Jüngste. Als Teilhändler, Jimmy Graham so, lass mich in Ruhe. Okay, nächste Partie. Lass mich in Ruhe, gib mir meinen Rollator. Die Green Bay Packers müssen zu den San Francisco 49ers, die ebenfalls eine Biowee-Karten und den Rhythmus wahrscheinlich erstmal suchen müssen. Und ich habe gerade gesagt, das Team der Stunde sind die Texans, aber auch die Packers mit ihrem Jordan Love, der perfekt aufspielt, darf man nicht unterschätzen. Es wird so ein paar Key-Match-Ups geben. Ich habe diesem Spiel tatsächlich auch meine Bild-Zeitungskolumne gewidmet, weil mich die Lebensgeschichte von Jordan Love schon mal so gewaltig fasziniert hat. Jordan Love, und das dürfen wir ja nicht vergessen, sollte der Nachfolger, also der erwählte Nachfolger sein, derjenige, der von Aaron Rodgers lernen durfte. Und wir haben ja schon über Veronika Mittermüllers Bauchgefühl, was Aaron Rodgers angeht, gesprochen. Sie hatte ja recht. Und wir alle können uns daran erinnern, ne, 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 dem bilde ich nicht aus, ist mir scheißegal, kann zugucken, aber ich rede mit dem nicht. Rumgezicke, hoch 20, wie so eine alternde Hollywood-Diva und dementsprechend gab es dann natürlich auch mediale Schelte nach diesem Draft-Pick. Etwas, was du als junger Mensch einfach, glaube ich, so nicht einfach wegstecken kannst, was dir an die Nieren geht, was dich fertig macht, wo du sagst, ja, das ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige. Aber der junge Mann hat sich selber ein Versprechen gegeben, das Versprechen seines Vaters, der Satz klingt jetzt komisch, einzulösen, denn sein Vater, als der junge Jordan Love noch relativ klein und schmächtig war und an der Highschool versuchte, sich irgendwie ein Stipendium zu erspielen, hat sein Vater, ein Polizist, nach Medikamentenwechsel sich plötzlich sehr merkwürdig verhalten und hat sich ohne Vorwarnung das Leben genommen. Jordan Love wollte mit Football aufhören und hat sich aber dann darauf besonnen, dass sein Vater seinen ganzen Kollegen in der Wache ja versprochen hat, mein Sohn wird mal NFL-Quarter weg. Und da hat er sich durchgebissen. 36 Kilo von Highschool bis College zugenommen, um seinen Traum weiterleben zu können. Das ganze erste Jahr am College sozusagen geretshirtet, nur um zu pumpen, um seinen Körper für das vorzubereiten, was er da leisten wollte. Und man muss ganz ehrlich sagen, viele haben ihn mit dem jungen Patrick Mahomes verglichen und wenn wir jetzt die Spiele sehen, ja tatsächlich. Jeder Coach kriegt einen Albtraum, wenn ein Quarterback im Rückwärtsspringen irgendwie einen Ball wirft, aber er macht es und er macht es richtig gut. Und deswegen habe ich mir gesagt, Jordan Love, der ist die Kolumne wert. Die Packers, 49ers, sind die Kolumne wert. Denn meine ersten Erinnerungen an Mike Packers gegen 49ers, Reggie White, Steve Young, 96, 97, 98, die vielleicht geilsten Playoff-Spiele, die wirklich bis zum Blut gekämpft wurden. Das waren geile Spiele und ich glaube, so ein Spiel kriegen wir wieder serviert, denn Jordan Love wird diese Motivation aus dem letzten Spiel gegen die Dallas Cowboys einfach mal richtig mitnehmen. ist Tradition pur, dieses Aufeinandertreffen und ich stelle mir gerade vor, wie Brock Purdy ein schlechtes Spiel hat und Twitter Deutschland sich darauf einhobelt. Naja, ja, 60 Prozent, 60 Prozent unserer Zuhörer tippen auf die 49ers, also nicht ganz so deutlich wie eben gerade bei den Ravens mit 64 Prozent. Die sagen, das Heimteam, der Number One Seed, setzt sich durch. Wenn du dieses Duell dir im Kopf durchspielst, ich meine, die Packers sind gerade unfassbar gut drauf. Die haben in den letzten neun Spielen sieben Sieger und zwei Niederlagen. In den letzten neun Spielen hat Jordan Love 21 Touchdown-Bälle und eine einzige Interception. Das ist Wahnsinn. Also er ist wirklich unfassbar gut drauf. Muss jetzt aber natürlich gegen eine Niners-Defense spielen, wo ein Nick Bosa, Chase Young, Javon Hargrave, Eric Armstead und wie sie alle heißen nur darauf warten, Love die Liebe zu entziehen. Und auf der anderen Seite hat diese doch noch sehr junge Mannschaft mit einem Vaness und einem Gary in der Defense und einem Savage und was weiß ich, wer da alles rumläuft, die bekommen es halt mit Brock Purley, Christian McCaffrey, Debo Samuel, allein ein CMC, der fit ist. Ich glaube, das wird wirklich eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe für die Packers. Noch mal eine Ecke schwieriger als gegen die Cowboys, wo sie aber auch sehr gut gespielt haben. Es wird auf den Gameplan ankommen. Mettler Floor gegen Kyle Shanahan. Mettler Floor hat sensationell McCarthy rausgehauen mit seiner Idee, Football zu spielen. Jetzt kommt Kyle Shanahan und wir wissen auch bei Kyle Shanahan, dass er offensivtechnisch einer der besten Coaches der Liga ist. Aber wir wissen auch, vor allem in den Playoffs, dass er sich hier und da gerne mal ein bisschen verkünstelt. Also, dass er hier eine Spur zu viel möchte und das weiß natürlich auch, weil die beiden in der Vergangenheit haben ein Mettler Floor und darauf wird es hinauskommen, wie gut sich die beiden kennen und was sie sich überlegen, um den anderen zu überraschen. Weil ich glaube, es wird eine Monsteraufgabe, noch größer als andersrum, für die Defense der Packers diese Offense zu stoppen. Also, ich habe mehr Angst davor, dass die Defense der Packers überfordert ist, als dass die Packers Offense scort. Ich glaube, dass Love es schaffen wird, gegen Young, Bosa und Co. auf seine Punkte zu kommen. Dafür ist das Momentum, glaube ich, zu gut. Aber ob er genug Punkte erzielt, um mit der Offense mitzuhalten, weiß ich nicht. Und die Schwachstelle, die es da gibt, ist, klingt jetzt ein bisschen gemein, weil ich mag ihn eigentlich sehr, ist trotzdem ein Brock Purdy. Brock Purdy hat, sag ich mal, 90% seiner Regular Season dieses Jahr wie eine Maschine, Cyborg-artig, sensationell gespielt. Aber es gab die Momente, wo, wenn es mal nicht funktioniert hat, wenn ein CMC mal verletzt draußen war, ein Kittel, dann hat er gestruggelt. Und, äh, sollten die Packers es schaffen, mit ihrer jungen Truppe da irgendwie in den Kopf von Purdy zu kommen, dann ist da für mich der Ansatz, das Spiel zu gewinnen. Ich, es ist natürlich, warum sie es schaffen, weil auch ein Schenheim wird Purdy gut einstellen, aber das ist für mich die Entscheidung dieses Spiels. In welchem Purdy sehen wir? Sehen wir den Purdy, den wir kennen und erwarten, dann werden die Packers keine Chance haben. Sehen wir den Purdy, der vielleicht ein bisschen struggelt, dann, glaube ich, haben die Packers eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Damals, 96, 97, 98, Smashing auf Football, Green Bay Packers, Reggie White, es gab ins Gesicht. Da konnte Steve Young, der die ganze Saison mit dieser Offense, juhu, und wir sind die Schönsten und wir sind die Besten und guck mal, was wir alles können, hohoho, wurden relativ schnell entzaubert. Und genau das ist der Weg. Du hast gerade Richard Gary gesagt, ins Gesicht, du musst Brock Purdy und du musst dieses, ja, Aufkeimen einer brillanten Offense, du hast es gerade gesagt, so ein bisschen verkünstelt, du musst dieses Aufkeimen des Momentums dieser Offense sofort im Keime erstecken, denn, gibt eine ganz einfache Zahl, wenn Christian McCaffrey 75 Yards plus erläuft, haben sie zehn Siege, eine Niederlage. Es ist genau der Punkt, wenn diese Offensive ins Klicken kommt, dann hast du ein Problem, denn für mich, Mike, ist das ja vielleicht das kompletteste Team. Sowohl Offense als auch Defense ist für mich so ein All-Star-Ensemble, aber auch sowas kann man schlagen. Auch sowas kann man schlagen, Twinfather schreibt rein, Moin, die Schwachstelle bei den Niners ist das Backfield. Ja, auf dem Papier mag das alles stimmen, Freunde, aber glaubt mir, das ist ein Playoff-Spiel, wo man die eigenen Gesetze hat und ich glaube, wenn Armstead, Hargrave, Young und Bosa Love im Gesicht rumspringen und der keine Zeit hat, einen Ball zu werfen, ist es auch egal, wo die Schwachstelle liegt und auf der anderen Seite, wenn Christian McCaffrey ins Rollen kommt und als Receiver und Running Back perfekt eingesetzt wird, dann wird es auch ein Roshan Gary und ein Van Ness und wer sie alle heißen, Probleme haben. Also, das ist wirklich ein Spiel, wo es eine Menge wieder auf die Coaches ankommt. Mettler Floor natürlich letzte Woche bewiesen hat, dass er das drauf hat. Beide wollen, glaube ich, ihren Stempel aufdrücken. Also, beide wollen ihren Football spielen. Die Niners wollen die Packers zwingen, sich anzupassen und andersherum. Ich sage, auch wenn das Momentum komplett auf Seiten der Packers liegt und man eigentlich in den Playoffs immer auf Momentum setzen sollte, das habe ich ja letzte Woche nicht getan, deswegen habe ich ja verloren, komplett. Auf dem Papier sind die Niners zu stark und ich bleibe bei meinem Papier-Call, um vielleicht der erste Podcaster der Welt zu werden, der in den Playoffs alles falsch tippt. Ich tippe auch auf die 4D Niners. George Kittle, immer wieder der X-Faktor dieser Offense und wenn wir einfach mal eine statistische Bilanz zurate ziehen, dann müssen wir eine Sache betonen, gegen den Tident, also gegen das Kurz-Mittelpass-Spiel, sind die Green Bay Packers statistisch nur auf Platz 23 von 32. Das ist nicht gut. Wenn du George Kittle nicht in den Griff kriegst, hast du ein Problem. Dann ist natürlich aber auch wiederum der Weg offen für das Kurzpaß-Spiel auf Christian McCaffrey. Und da sind wir tatsächlich bei den Linebackern der Green Bay Packers, das ist für mich so, dass das Key-Match-Up, die müssen richtig gut funktionieren. Wir reden von Rashad Gary, der hat einen neuen Sacks, das ist schon mal alles gut und schön, aber das zählt alles nicht. Wichtig war für mich eine Statistik und ein Wert, drei Tackles verlost in dem letzten Spiel. Der Typ war immer da, wo er hin musste und auf der anderen Seite sein kongenialer Partner Preston Smith, das war genauso gut Sack, Pass-Deflection letzte Woche. Also das ist für mich das Paket, wo ich sage, wenn dann auch noch Quay Walker richtig gut funktioniert, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, zumal J.I. Alexander, der, ja, klar hat er voll an einer Laterne kleben und seine Interviews und ich gehe zum Cointors und tralala. Interessiert mich nicht. Auf dem Feld funktionierte der Typ einfach mal letzte Woche richtig gut. Wenn wir jetzt überlegen, du hast natürlich, du hast Debo Samuel, du hast Brandon Ayuk, alles klar. Du stellst jetzt, das wäre mein Gameplan als Defense-Kord, J.I. Alexander suchst du dir den Besten aus. So, und den Rest macht der Rest. Das heißt, wenn du einen, einen tiefen Ball schon mal rausnehmen könntest, dass du sagst, okay, Debo Samuel habe ich zugecovered, dann kannst du dich komplett darauf konzentrieren, auch einen Quay Walker, das hat er im College gut gemacht, im Kurzpaar Spiel Titans zu begleiten. Schick den mit Kittel mit und dann hast du ja rein theoretisch schon mal zwei Waffen weg. Also, ich sehe es nicht so klar, dass die 49ers da mit 80, 70 Punkten drüberrollen. Dann läuft noch ein Brandon Ayuk rum, dann hast du noch einen Kittel, dann kann noch ein CMC als Receiver. Also, ich glaube, sie haben zu viel Feuerkraft, um wirklich eins zu eins abzustellen. Ich glaube, da, wo du rein musst, ist Brock Purdy. Klingt ein bisschen komisch jetzt, aber Brock Purdy, wenn du in seinen Kopf kommst, dann, okay, das liegt doch komischer, wenn du ihn verwirrst, dann werden die ganzen Playmaker nichts bringen, außer vielleicht McCaffrey, der die Übergabe zum Laufen bekommt. Weil wenn Purdy die Bälle nicht anbringt bei Samuel, Ayuk und Kittel, dann brauchen sie auch nicht großartig gedeckt werden. Wenn Purdy wackelt, dann wackelt das ganze Konstrukt und ich glaube, also der Plan für den Defensive Koordinator wird sein, wie stoppe ich Purdy? Weil wenn er Purdy stoppt, stoppt er dann drei der Playmaker auf jeden Fall. Mein Lieblingssatz, du musst in Purdy kommen. Ja, hobeln wollte er eben schon. Mann, hier fallen Sätze. Kein Wunder, Mike ist allein zu Hause, wie bei Kevin allein zu Hause. So, da kommen solche Gedanken. Was tippst du? Da kommen solche Gedanken. Übrigens, wusstest du, dass wenn sich Pärchen, habe ich gestern gelesen, wenn sich Pärchen, das musst du mal bitte mit Juni ausprobieren, wenn sich Pärchen drei Minuten konstant in die Augen gucken, synchronisiert sich angeblich komplett der Herzschlag. Ja. Okay. Unnützes Wissen. Ich habe ein Buch geschenkt gekriegt, pass auf. Die ultimative Lektüre für stille Örtchen hat mir Moni geschenkt. Ich weiß auch nicht, warum. Sie sagt, da steht so viel unnützes Wissen drin und das magst du ja gerne. Ich sage, ja, stimmt. Und das habe ich jetzt mal angefangen zu lesen. Da sind echt coole Sachen dabei. Ich werde es versuchen anzusprechen und bin gespannt, wie sie reagiert, ja. Wusstest du zum Beispiel, dass eine Schnecke bis zu 25.000 Zähne hat? Wusste ich auch nicht. So, egal. Also, los geht's. Ich würde mit dir Händchen haltend gerne über die Blumenwiese hüpfen und sagen, ja, alles wird gut. Und ich glaube auch, dass die 49ers das machen. Ich würde gerne erleben, dass die Packers tatsächlich the power of love zeigen. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube es tatsächlich nicht. Also, hier geht es im Tippschi um Punkte und das kann ich mir jetzt nicht erlauben, hier komplett nächstes Risiko zu gehen. Ich würde gerne sagen, go pack go. Aber ich glaube wirklich, dass die 49ers eine zu harte Nuss sind und dass sie deswegen diese Partie gewinnen. Die Tampa Bay Buccaneers reisen. Stopp, stopp. Was willst du über Schnecken erzählen? Nee, über Schnecken möchte ich dir jetzt gar nichts erzählen, Schatzelein. Ich möchte kurz, ich möchte kurz, bevor wir mit dieser Partie beginnen, möchte ich einen Moment für mich haben, um zu sagen, Mike, wir müssen kurz durchatmen. Denn auch hier gibt es vor dieser Partie wiederum die berühmte Rubrik von Mike Stiefelhagen. Journalisten, die Fragen stellen, die die Welt nicht braucht. Es gibt wiederum einen Journalisten oder eine Journalistin, die bei der Pressekonferenz der Tampa Bay Buccaneers sich einfach mal dachte, sie wäre eine ganz smarte. So, Tampa Bay liegt ja nun mal gerüchteweise im Warmen. Also, da stehen Palmen und da geht es einem gut. Und jetzt kommt die Journalistin mit folgender Frage. Hört mal hin. The weather has been a factor in some of the play-out games, even for the most prepared teams. Today it's 13 in Detroit, which doesn't compare to some of the temperatures you can talk to. Any special plans to acclimate the team to not only endure, but perform in those kind of temperature, should you face them in Detroit? you know, we play indoors, right near the zone. I don't know. No, nothing planned. We're indoors and we only have to be outside for 20 seconds getting off the bus going under the thing, so we'll be okay. Yeah. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Diese Journalistin fragt also tatsächlich Todd Bowles allen Ernstes nicht zu, ja, wie ist der Gameplan und ist Baker Mayfield gut, Trupp und Mike Evans und wie wird er das Spiel an sich reißen? Nee. Wie bereitet ihr euch denn auf das Wetter in Detroit vor? Das ist ein Dom. Großartige Antwort von Todd Bowles, der wirklich völlig schratlos guckt. Ihr müsst euch das vorstellen, der guckt wirklich und denkt, ist versteckte Kamera, Kurt Felix kommt gleich, das weiß ich genau. Ah nee, jetzt macht ja jemand anders. Wer macht denn das jetzt? Ah, egal. Geh du kacher? Geh du kannst. Nee. Ist auch egal, wer es macht. Also ihr wisst schon, versteckte Kamera. Sondern die Antwort ist wirklich völlig geil. Du weißt schon, wir spielen in einem Dom und wir steigen nur aus dem Bus. Das sind gerade mal 20 Sekunden. Fragen, die die Welt nicht braucht. Ja, das auf jeden Fall. Aber soll ich dir was sagen? Ich finde das gar nicht so schlimm und ich finde, diese Journalistin wird viel zu hart vor den Bus geworfen. Die hat scheinbar eine Frage gestellt und nicht darüber nachgedacht, dass das Spiel in einem Dom ist, hat das vergessen oder nicht gewusst oder war dementsprechend nicht vorbereitet. Das kann man auch kritisieren. Das ist natürlich unangenehm, weil du da vorgeführt wirst und Todd Bowles zu Recht natürlich dann auch sagt, ey, du weißt schon, wir sind im Dom. Aber die jetzt weltweit, also in der sämtlichen Medien, die sich draufstürzen und sagen, wie peinlich das ist, auf diese eine Frage zu stürzen, finde ich so viel. Da finde ich viele andere Fragen viel unangenehmer, wie Mike Tomlin zu fragen, wie sein nächstes Jahr aussieht, wenn er gerade ein Spiel verloren hat. Das finde ich, weil da willst du, da respektierst du den Coach nicht und da versuchst du irgendwie was rauszubekommen, das finde ich blöd. Aber jetzt was zu vergessen und einen Fehler zu machen, ja, ist blöd, aber ist jetzt für mich nicht so ein Drama wie sonst. Und die Frage, warum fragst du nichts zu Mayfield und wieso fragst du nichts zu Defense, wissen wir ja nicht. Vielleicht wurden diese Fragen ja vorher von anderen Kollegen schon gestellt und du willst nicht die gleiche Frage nochmal stellen. Deswegen hast du dir was anderes überlegt in dem Moment und hast halt komplett gefailt. Also ja, es ist Entertainment, es ist lustig und Todd Bowles hat lustig reagiert, aber ich will die jetzt nicht ja einfach mal Fresse halten und so finde ich ein bisschen viel. Doch, finde ich schon. Nee, ich finde, nee. Pass auf, wenn du gelernte Journalistin bist, dann solltest du wissen, dass man indoor spielt. Und dann solltest du, und nochmal, diese Pressekonferenz, du akkreditierst dich dafür. Ich weiß, ich war auch schon heute in der Pressekonferenz, aber ich habe auch schon dumme Fragen gestellt in meinem Leben. Ich habe nicht jeden Tag die beste Performance meines Lebens abgerufen und habe auch bestimmt schon mal Fehler gemacht. Ich habe auch schon mal in der Sendung einen Vornamen verwechselt oder einen, weggelassen und ich bin auch professioneller Journalist und Moderator und bereite mich vor und mache mal Fehler. Ich bin da, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich eine Frage spontan überlegt hat nach den anderen Fragen, dann komplett vergessen hat, dass es in den Dome ist und komplett reingeschissen hat und das ist auch peinlich und da kann man auch drüber lachen und sagen, aber jetzt sagen hier Fresse halten und so. Wenn jemand Fehler gemacht hat, finde ich, also finde ich aber ein bisschen hart. Ja, ist ein Fehler, kann man sagen, ist blöd, aber ich finde es schlimmer, mit Absicht respektlose Fragen zu stellen, finde ich schlimmer, als jetzt einen Fakt zu vergessen, der unangenehm ist, den man wissen sollte. Ich finde beide schlimm, aber gut, so sind wir halt. Ja, aber das meine ich ja vor Folgen, ich mag es nicht, dass sie immer nur am Meckern sind und immer nur draufhauen sind. Ich gebe zu, ich mache auch Fehler. Ich habe auch schon Fehler gemacht in Sendungen, wo ich keine Fehler hätte machen sollen und bin durchgetaktet und bin ausgebildet und vorbereitet. Wir sind menschlich, wir machen Fehler, das war ein peinlicher Moment. Ich finde, Todd Bowles hat das sympathisch gelöst und gesagt, du weißt schon, wir sind indoor und so und das war auch, ich meine, es war ja mega unangenehm. Komplett dullihaft darzustellen, mache ich nicht mit. Okay. Ja, genau, was Matt Rock einschaut, Kathi Hummels, auch peinlich. Ich habe Kathi Hummels nicht erkannt. Ja, sorry, also jetzt zu vergleichen, Kathi Hummels. Ja, nein, ich meine, es gibt Situationen in deinem Job, die du eigentlich gut machst, wo du vielleicht Tage hast, wo du Fehler machst und das passiert und darüber kann man sich lustig machen, ist auch okay, auch zu Recht, aber man soll nicht übertreiben. Das finde ich. Gut, haben wir das geklärt. So, wir haben allerdings natürlich, wenn wir über die Buccaneer sprechen, dann haben wir natürlich, nein, nicht Lenny, wir haben unsere Außenstelle in Gelsenkirchen und Mirko hat Angst. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe Schiss vor den Lions. Detroit, zweite Playoffspiel hintereinander, das Stadion wird brennen, die Defense ist heiß, der Runstop ist bombastisch, Aiden Hutchinson, drei Spiele hintereinander mit einem oder mehr Sex. ich weiß ehrlich nicht, wo ich da ansetzen soll und wie wir das Spiel gewinnen sollen. da muss einiges passieren. Da muss einiges passieren. Jeder muss einen guten Tag haben und, keine Ahnung, gibt der ganzen Mannschaft ein Kilo Riechsalz. Baker Mayfield kam aus dem Locker-Room den Helm oben auf den Kopf habend und sagte, dreimal an Riechsalz gezogen und gesagt, ich bin gut drauf. Also Riechsalz wäre die erste Lösung. Die zweite Lösung wäre natürlich, sich darauf zu besinnen, was man im Hinspiel erlebt hat. Denn in der Saison haben die beiden ja schon miteinander gespielt, Mike. Und da wurde Dan Campbell drauf angesprochen und er sagt, nee, das hat jetzt damit gar nichts mehr zu tun. Ja, sie haben schon gegeneinander gespielt. Aber das ist jetzt völlig Makulatur. Denn, wie würde Mike Stiefelhagen als Fußballfan sagen, nicht nur der DFB-Pokal als seine eigenen Gesetze. Hier kommt ein komplett neues Match ab. Die Buccaneers, die sich tatsächlich gefangen haben und mit Baker Mayfield jetzt den Leader, den Quarterback haben, den du in so einer Situation brauchst. Der muss aber ran gegen 13 Mann, 14 Mann. Denn ich glaube, Fortfield wird richtig brennen. 1.185 Dollar war das teuerste Ticket. Oder wie war das? Sehr teuer auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, die Hütte wird richtig brennen. Ja, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent. Und es gibt ja auch ein Video, was wieder hochgeladen wurde von Eminem, dem wahrscheinlich größten Lions-Fan der Welt so aktuell, der sich schon angeboten hat, auch schon im letzten Spiel. Ey, Coach Campbell, wenn du irgendwen brauchst, ich ziehe mir den Helm an. Ich habe irgendeinen Helm hier noch rumfliegen. Ich spiele für dich mit. Egal, welche Position. Ich mache alles. Es war unfassbar laut im letzten Spiel schon. Es wird die Hölle. Und ich glaube, das wird auch wieder ein Faktor in diesem Spiel sein. Es kommt für mich zu 100 Prozent auf die Quarterback-Position in diesem Game an. Haben wir den Jared Goff, der wie letzte Woche eiskalt bleibt und was zu beweisen hat? Oder haben wir den Jared Goff, der wie auch schon in der Regular Season auch mal einen Downer hat? Und ich glaube, dass Todd Bowles und die Bucks-Defense das auch weiß und da natürlich auch wieder will, dass der Quarterback sich nicht wohl fühlt, auch wenn man auswärts spielt, also wenn die Bucks auswärts spielen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, wenn die Buccaneers dieses Spiel gewonnen gegen diese Lions-Defense, sie brauchen einen Baker Mayfield in hundertprozentiger Topform. Wenn Baker Mayfield ein Prozent weniger hat, dann werden sie dieses Spiel nicht gewinnen. Sie brauchen einen Quarterback, der präzise eiskalt die Bälle wirft, wie in den letzten Wochen schon. Das hat er bewiesen. Er hat seine Yards erfüllt wie Brady. Er hat seine Touchdown-Pässe. Baker Mayfield ist am ballen und das muss er auch in Detroit. Und schafft er das bei der Atmosphäre gegen diese Aidan Hutchinson und Co-Defense, das ist für mich ein Schlüsselfaktor. Der Faktor, warum ich wie unsere Plenarios schon wieder auf den Leichentipp gehe, übrigens sagen 91% Lions, also das, was Janikad schreibt, hättest du gedacht vor ein paar Jahren, dass 91% unserer Zuhörer auf die Detroit Lions in einem Divisional-Playoff-Game tippen? Das ist wirklich unglaublich. Ich tippe auch auf die Lions, weil ich glaube, sie werden das Spiel gewinnen durch ihren Lauf. Ich glaube, das wird das Spiel, wo Montgomery und Jeremy Gibbs nochmal zeigen, wie wertvoll es war, Jeremy Gibbs früh zu draften und hier diese zwei Menschen auf dieser Position aufzustellen. die auch teilweise als Receiver spielen können. Ich glaube, das Laufspiel der Lions wird hier das Spiel entscheiden. Baker Mayfield, ja, der erste Quarterback in Tampa Bay Football History mit 300 plus Yards, genauer gesagt, 337 Yards, drei Touchdown-Appelle in einem Playoff-Spiel. Wer war da noch? Ah, der olle Tom. Ja, und Baker Mayfield trägt sich mal ganz kurz in die Geschichtsbücher ein. Baker Mayfield, du hast es gerade gesagt, wenn der tatsächlich einen guten Tag hat, dann wird das ein ganz schön harter Ritt, denn sowohl Rashad White, 75 Scrimmage Yards, das war richtig, richtig gut. Mike Evans, Chris Godwin und Trey Palmer, das ist so dieses Trio, wo ich sage, ja, Mike Evans ist immer der Big-Play-Guy, aber wenn du den zukoverst, und das können die Lions, dann hast du halt noch zwei andere Anspielstationen. Chris Godwin richtig schnell, Trey Palmer richtig schnell, und dann müssen wir natürlich auch noch über einen richtig guten Tight End sprechen, nämlich Kate Otten. Der hat einfach mal das Team letzte Woche mit acht Catches für 89 Yards angeführt, also die Offense, das System der Tampa Bay Buccaneers, das ist sehr, sehr ausgewogen. Wenn wir uns jetzt angucken, gegen wen jetzt diese Offense ran muss, natürlich hast du vorne Aiden Hutchinson, der performt jetzt immer mehr. Du hast Alex Ancelone und seinen Lieblings, also meinen persönlichen Lieblings-Linebacker, der von Seitenlinie zu Seitenlinie das komplette Spiel spielen kann, aber für mich kommt ein Mann ganz gewaltig in den Fokus, nämlich Byron Branch. Sieben Tackles und eine Pass-Deflection letzte Woche, der muss einen absoluten Sahnetag da hinten erwischen und seine ganzen Kollegen bis zur Safety-Position mitziehen, denn Baker Mayfield und seine Offense, die können ganz schnell, ganz unangenehm Pass-Happy werden und dann bringt es nichts, wenn du da vorne tatsächlich versuchst, Druck zu machen, aber wir reden von Aiden Hutchinson und dann fällt es so ein bisschen prozentual ab. Das bedeutet, wenn du den rausnimmst und das haben wir ja nun mal gesehen, wie es Laramie Tunsil bei den Houston Texans mit Miles Garrett gemacht hat, dann kannst du diese Defense knacken. Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube auch, dass die Buccaneers ein guter Tipp wären, wenn sie zu Hause spielen würden, aber in Detroit die ganze Masse gegen dich, also ich kann mir nur vorstellen, dass Baker Mayfield entweder komplett den schlimmsten Tag seines Lebens hat und drei Interceptions wirft oder halt den allerbesten und sich davon tragen lässt. Ich meine, das ist ja auch jemand, der gerne die große Bühne genießt und sich davon, das auch mag, wenn Leute gegen ihn sind. Das ist er schon seit dem College gewohnt, seit er damals die Flagge auf dem Logo des Gegners platziert hat, des Rivalen. Also der mag das, der fühlt sich daran wohl, aber die Frage ist, fühlst du dich immer noch wohl, wenn der erste oder zweite Drive nicht funktioniert? Und deswegen gehe ich, wie gesagt, mit Detroit. Es hängt für mich alles an Baker Mayfield. Wenn wir einen überragenden Baker Mayfield sehen, weil die Defense der Bucs hat es für mich drin, die Lions nicht zu hoch scoren zu lassen, die Offense mit Bayfield ist die Frage, ob die mehr Punkte machen. Deswegen, Baker Mayfield wird morgens den rechten oder linken Fuß zuerst wählen zum Aufstehen und dann werden wir wissen, werden sie das Spiel gewinnen oder nicht. Das ist für mich die Frage. Solange er den Zettel von Heddergold beherzigt, erst die Hose, dann die Schuhe, wird alles gut. Aber stell dir mal vor, Baker Mayfield schafft das, stoppt diesen Detroit Lions-Hype, führt die Bucs ins Conference-Game, Alter. Eben Lenni schon alt genug, würde er sich Baker Mayfield tätowieren. Überall hin. Natürlich, ja. Was ist dein Tipp? Wenn wir nochmal ganz kurz in die Zahlenwelt eintauchen, mir ist nämlich bei dieser Geschichte eine Sache aufgefallen, die finde ich extrem paradox. Tampa Bay's Offense bewegt den Ball am Boden für 88,8 Yards. An sich ein merkwürdiger Wert, krumm. Detroit Defense lässt genau 88,8 Yards am Boden zu. Also hier haben wir ein Duell auf Augenhöhe. Aber, was mir tatsächlich ein bisschen Sorge macht, ist folgender Fakt. Detroit's Defense lässt 336,1 Yards zu. Die müssen an diesem Tag über sich hinaus wachsen. Kleine Fehler, die in den letzten Wochen immer wieder zu größeren Raumgewinnen geführt haben, die musst du wirklich komplett runterfahren. Denn, und das ist wiederum der Punkt, wenn du jetzt die Tampa Bay Buccaneers hast, dann hast du einfach mal mit McLaughlin einen richtig guten Kicker. Und wenn jetzt Baker Mayfield den Ball nur bis zu 30 bewegt, ist das zwar ein Teilerfolg, aber, und das sind so Werte, die finde ich beeindruckend, im Bereich 20 bis 29 ist der Junge 8 von 8. 30 bis 39, 12 von 12. 40 bis 49, 2 von 3 und 50 plus 7 von 8. Also da solltest du dir wirklich sicher sein, du musst, du musst den Ball nicht nur zurückholen, sondern du musst so schnell wie möglich stoppen. Und da sind wir beim Turnover Differential. Tampa Bay plus 8, das können die richtig gut. Und Detroit minus 1. Also ich bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich gehe natürlich, natürlich, auch wenn es ja jetzt Mirko und Lenny wahrscheinlich richtig wehtut, ich würde die Baker Mayfield-Geschichte richtig großartig finden, aber ich habe einen Wunsch. Nach so langer Abstinenz möchte ich die Detroit Lions nicht nur im NFC Championship-Spiel sehen, sondern ich möchte die Detroit Lions im Super Bowl sehen. Und dafür muss jetzt ein Sieg gehen. Und ich glaube tatsächlich, dass zu Hause da die Atmosphäre der X-Faktor sein wird. Die Detroit Lions rocken das Ding. Alrighty, dann haben wir uns alle wie im Spiel davor schon auf eine Mannschaft geeinigt. Die Niners und die Lions gehen weiter. Nur im ersten Spiel hat Carsten anders getippt als die Plenarios und ich. Da bist du mit den Texans gegangen wie mit den Ravens. Kommen wir zur letzten Partie der Divisional Round. Wir haben mal wieder ein Aufeinandertreffen zwischen Patrick Mahomes und Josh Allen. Doch dieses Mal ist der Ort ein anderer. Statt wie gewohnt ein Heimspiel im Arrowhead zu haben, geht es nach Buffalo zu den Bills. Die Chiefs müssen diese Auswärtsreise jetzt antreten und ich glaube, dass die Buffalo-Fans und vor allem auch Josh Allen richtig Bock hat, was zu beweisen. Wir haben dazu natürlich eine Sprachnachricht. Ja, hallo Carsten, hallo Mike. Twin-Fathers aus dem Kreis Sturmann hier. Ich freue mich auf den Podcast nachher. Jetzt mal vor dem Spiel die Fresse aufreißen, nicht immer danach. Ich glaube, die Chiefs werden bei den Bills gewinnen. Warum? Defense top viert bei den Chiefs, bei den Bills Defense verletzt. Zwei Schlüsselspieler dabei im Gegensatz zur Woche 14 mit Tranquil und mit Pacheco und Offside-Toni nicht dabei. Ja, und ich glaube, die Bills haben halt so ein bisschen so ein Schießsyndrom, wenn es um die Playoffs geht und ja, sie haben ja auch im letzten Jahr im Division gegen die Bengals verloren. Bis später. Ciao, ciao. Andy Reid, fangen wir erstmal an. Ehre, wem Ehre gebührt, Mike. 23 Career Playoff Wins. 23. Das ist zweitmeist für alle Headcoaches der NFL. Wenn er jetzt rein theoretisch ins Championship Game einziehen würde, wäre das sein elfter Besuch. Sein elfter. Und wir alle kennen die, vielleicht kennt ihr sie nicht, aber vom Namen her wisst ihr genau, wen ich meine. Tom Landry, der damalige Coach, der Amerikas Team gegründet hat sozusagen, also die Basis, warum das Team so genannt wurde, die Dallas Cowboys. Der hat es zehnmal geschafft. Nur mal ganz kurz sacken lassen. Das ist einfach mal gelebte, pure Historie. Und auch wenn ihm wieder der Bart einfrieren wird, denn es wird auch in Buffalo kalt sein, das wird ihm scheißegal sein, der wird heiß sein, denn der weiß ganz genau, so hier der olle Bill, der wird sich sicherlich nochmal irgendwo in Atlanta oder wo der auch immer andocken will, weil der will Don Schula überholen. Ich werde jetzt einfach mal Tom Landry überholen. Da wird die Motivation sowieso schon da sein. Die Motivation für die Kansas City Chiefs, ja, sie müssen das erste Mal auswärts ran. Das heißt, und das ist das nächste Paradox, Patrick Mahomes, gefühlt Dauergast in den Playoffs, mal auswärts ran. Ja, das kennt er normalerweise gar nicht, dann denkt er meistens, es ist der Super Bowl. Richtig, Buffalo, Twinfather hat es richtig schon gesagt, muss auf super viele Spieler entweder verzichten oder sie gehen angeschlagen in dieses Spiel. Terrell Bernard, Baylor Spector, Taron Johnson, Christian Benford, alle haben das Spiel gegen die Steelers früher verlassen aufgrund von Verletzungen und Rasul Douglas und Taylor Rapp haben nicht mal gespielt. Sie haben die gesamte Saison schon Probleme mit den Verletzungen in der Defense. Das wird auf jeden Fall ein Faktor sein, weil die Chiefs-Offense ist eigentlich stoppbar. Also so viel passiert ja nicht neben Rashee Rice oder Travis Kelsey. Wenn du die oder einen von den beiden rausnimmst, dann hast du es schon einfacher. Problem ist, wenn du keine fitten Spieler dafür hast, dann wird auch das sehr, sehr schwer. Die Offense der Kansas City Chiefs hat 21,8 Punkte pro Spiel in dieser Saison erzielt. Das ist der schlechteste Wert in der Patrick Mahomes-Ära. Wäre wahrscheinlich auf Patriots-Seite der Beste seit drei Jahren, aber auf Chiefs-Seite ist es der schlechteste unter Patrick Mahomes. Also die Offense ist da, wo die Chiefs, dass man das mal sagt, angreifbar sind. Die Defense ist wirklich gut und funktioniert. Die Offense ist der Punkt, wo sie Probleme haben. Und das hat das Matchup. Verletzte Bills-Defense gegen wankelnde Offense. Und was im Gegensatz zu Detroit ein Faktor wird, ist natürlich das Wetter. Also wenn schon die Bills, wie Mirko gerade reinschreibt, die Zuschauer gebeten haben, beim Schneeschippen wieder zu helfen, dann ist das wieder ein sehr kaltes, kühles Spiel, wo vielleicht die eine oder andere Schneeflocke am Boden liegt. Und beide Mannschaften sind davon ja erprobt. Letztes Jahr in den Playoffs, falls ihr es vergessen habt, haben die Bengals, die Bills im Schnee schon ziemlich vorgeführt. Also die Bills sind, auch das Spiel war damals in Buffalo, die Bills sind schlagbar. Auch zu Hause, auch wenn es schneit. Aber ich glaube, dass diese Extraportion Hype durch das Duell Allen gegen Mahomes schon eine Rolle spielt. Also was haben die Bills schon für Spiele gegen die Chiefs verloren? Auch teilweise durch Refs, wo sie sich sehr geärgert haben. Und in der Regular Season wiederum haben die Chiefs eine Rechnung offen, weil sie das Spiel sonst gewonnen hätten, wenn Kadarius Toney nicht Offside gestanden hätte. Also es gibt so viele Storys, die dieses Spiel beinhaltet, dass das vielleicht sogar mein zweitliebstes Spiel nach Texans Ravens ist. Ich hoffe nur, ich mag es nicht zu sehr, wenn das Wetter zu sehr ein Thema wird. Also wenn es so kalt wird, dass du echt überlaufen kannst oder so viel Schnee liegt. Das finde ich, hätte dieses Matchup nicht verdient. Ich freue mich eher auf ein ausgeglichenes Football-Spiel. Ich bin ja auch so ein Frostködel und ich sitze jetzt gerade mit dir, gucke auf den Monitor, gucke jetzt am Monitor vorbei und gucke raus. Und gefühlt, es sieht ein bisschen aus wie das Opening von Star Wars. Ich sehe nur kleine weiße Punkte. Es schneit hier wie Sau und ich bin ein Frostködel. Bei diesem Wetter haben wir natürlich damals schon trainiert, weil wir haben ja im Januar wieder angefangen zu trainieren. Ich habe es gehasst. Ich fand den kalten Boden kacke, ich fand Schnee in der Unterbuchse kacke, ich fand es einfach richtig kacke. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, du musst da in diesem Schnee ran. Es ist natürlich ein Faktor. Denn Punkt eins, du bist nicht in der Lage, sauber zu cutten. Du bist nicht in der Lage, einfach Läufe, ja, ich sage mal so, Swing-Passes, Screen-Passes, die müssen genau sitzen. Da kannst du dich noch eindrehen. Wenn du da wegrutscht, ist das Ding weg. So, das heißt, da muss alles stimmen. Und jetzt kommen tatsächlich, genau wie du sagst, kommen die Chiefs mit einer, ja, ab und an gut funktionierenden, dann wieder einer nicht so gut funktionierenden Offense. Aber wir haben beim Steelers-Spiel gesehen, kaum war der nächste Starting-Linebacker raus, war da in der Mitte wie ein Scheunentor. Das hat dann Mason Rudolph auch sauber und souverän zum Touchdown bedient. Das müssen die Bills abstellen, denn Travis Kelce ist gut druck, Pacheco ist vor allem im Kurzpaar-Spiel gut druck und vor allem, wer jetzt richtig gut funktioniert, ist Rashee Rice, der Rookie. Acht Catches, 130, 130 Yards letzte Woche. Das ist richtig gut. So, und Buffalo Bills zu Hause, ja, Sean McDermott fünf im Vergleich, fünf Playoff-Siege. Das ist der Zweitmeister hinter natürlich Marv Levy, der hat damals elf, gut, viermal zu Oberbohr, viermal raus, aber das ist ein anderes Thema. Also, Sean McDermott, nur um die Zahl einfach mal zu erwähnen, fünf Playoff-Wins. Jetzt ist Josh Allen gerade on fire. Letzte Woche nach diesem Lauf, ja, also 52 Yards waren es insgesamt, MVP, MVP. Der Mann hat Rückenwind, aber Mike, der neigt auch manchmal dazu, Dinge zu forcieren und das kannst du dir gegen eine Pass-Defend, wie zum Beispiel Sneed, der einfach mal Tua komplett ad absurdum geführt hat, wenn er auf Hill werfen wollte, weil Hill hatte immer einen Sneed irgendwo in der Nähe. Die sind zu gut und zu brillant, als dass du da versuchen kannst, mit der Brechstange Punkte zu machen. Ja, er darf keine Fehler machen, das ist natürlich klar. Josh Allen ist ein risikofreudiger Quarterback und wenn es funktioniert, schreien alle MVP, wenn es nicht funktioniert, das ist ein typischer Josh Allen. Er wird aber, ich glaube, wir werden ihn nicht bändigen können. Ich glaube, es wird so ein, ich werfe vier Touchdowns und drei Interceptions Spiel von Josh Allen, der einfach unbedingt Patrick Mahomes schlagen möchte. Da ist so eine Story hinter und letztes Jahr, als die beiden Quarterbacks sich abgeklatscht haben oder umarmt haben nach dem Spiel, hat ja auch Mahomes zu Allen gesagt, ich habe so ein Gefühl, wir sehen uns hier öfter, also in den Playoffs und er hat recht, es ist wieder mal der Fall. Also es ist eine eigene, ich will nicht sagen, Rivalität, weil sie hassen sich ja jetzt nicht, aber es ist ein traditionelles Duell mittlerweile schon geworden zwischen den beiden Jungs und das wird auf jeden Fall ein Faktor sein und auch im Kopf sein, zu beweisen, dass man besser als der andere ist und Patrick Mahomes war noch nie so verletzlich wie jetzt zur Zeit, weil ihm einfach die Waffen fehlen. Aber es ist natürlich auch ein Patrick Mahomes in den Playoffs und ich habe immer noch den Super Bowl damals vor Augen gegen diese übermächtige Bucks-Defense, wo Mahomes einfach Wunder vollbracht hat und das schon häufiger in den Playoffs getan hat. Die Chiefs lagen auch mal, ich weiß gar nicht, Texans oder so mit 20, 21 oder noch mehr Punkten zurück und Mahomes hat sie zurückgebracht. Der Mann ist in den Playoffs in der Übermaschine und darf jetzt auswärts gegen die Bills spielen. Das ist vielleicht das erste Mal, aber der Mann hat schon mal auswärts gespielt. So ist es nicht. 24 Punkte waren es. Danke, Twin-Vater. Und die Bills, ich habe vorhin gesagt, die Texans sind das heißeste Team. Habe dann gesagt, bei den Packers sieht es auch gut aus. Die Bills sind das einzige Team, was die letzten sechs Spiele gewonnen hat. Also kein Team hat eine längere aktive Siegesserie. Es spricht so viel für das eine, aber auch für das andere Team, was das Tippen so schwer macht, finde ich. Und der Sieger steht dann wieder mal im Championship-Game der AFC und dann eben entweder gegen die Texans oder die Ravens, was automatisch jetzt schon ein geiles Spiel wird. Also, ich finde es hier sehr, sehr schwer zu tippen. Es ist für mich auch eine dieser Partien, wo ich sage, ja, Chris Jones in der Mitte, George Kalaft ist von außen, aber ein Josh Allen ist halt auch nicht Brock Purdy, also vom Körper her. Der kann halt auch mal kurz noch den Stiff Arm auspacken. Und das ist eben der Punkt. Schneeschippen. Erstmal ein Lob an Travis Kelsey, der die Bills-Mafia gelobt hat. Der gesagt hat, ey, ihr seid die Geilsten, dass ihr hier tatsächlich der Stadion freischippt. Wie cool seid ihr denn? Also, der hat sich schon mal Freunde gemacht. Also, neutralen Untergrund geschaffen sozusagen für ihn selbst. Ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe die Chiefs Defense als Faktor, den ich höher rechne als den offensiven Faktor. Denn bei dem Wetter musst du auch erstmal Josh Allen stoppen. Wenn du ihn stoppst, dann spielst du deine Offense in die Karten. Und dann kann Andy Reid da schalten und walten und dann kann Patrick Mahomes wieder Patrick Mahomes Dinge machen. Wenn du natürlich Josh Allen den Ball lange bewegen lässt und wir springen mal ein paar Wochen zurück, als plötzlich David Cook im Kurzpassspiel als auch am Boden funktioniert hat. Ja, was war denn da los? Also, James Cook meine ich. David Cook haben wir jetzt bei den Ravens. Das war tatsächlich ein James Cook, den man so nicht gesehen hat. Das war kreativ, das war gut und das war überraschend. Damit haben sie ganz lange den Ball bewegt. Und wenn die Bills lange den Ball bewegen und scoren, dann sehe ich sie ganz weit vorne. Was ist dein Tipp? Oh, ist das schwer, ne? Das sage ich dir nicht. Wieso? Weil ich mich behalte. Okay, also Carsten tippt nicht den Tassen setzt aus. Ich tippe auf Unentschieden. Das haben die Pelenarios schon häufiger getan. Das wird in den Playoffs ein bisschen schwer, aber wer weiß. Überleg dir mal, stell dir mal vor diese Albtraum-Situation. Das Ding geht, keine Ahnung, 27 zu 27. Das ist ein Overtime-Spiel. Das könnte in die Overtime gehen. In Overtime? Ey, kannst du dir, dann überleg doch Josh Allen nicht von wieder die Scheiße hier jetzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen glaube ich, die wollen relativ schnell kurzen Prozess machen, werden den Ball schnell bewegen. Und da ist jetzt Genie und Wahnsinn. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist immer dicht beieinander. Wenn es klappt, klappt. Wenn es nicht klappt, dann lachen sich die Chiefs tot, weil dann haben sie plötzlich den Ball, zweite Interception, zweites Fumble, whatever, und können sukzessive ihrerseits 4 zu 0 in Führung gehen. Ich glaube tatsächlich an die Bills-Mafia. Ich glaube an die Bills. Ich glaube an Josh Allen. Ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo Josh Allen rigoros Rache nehmen will und sagen will, pass mal auf, ich habe jetzt diese Scheiße da zweimal erlebt im Arrowhead, da habe ich keinen Bock mehr auf die Bumse. Jetzt machen wir das mal hier, Auerhaus und fertig. Danke, tschüss. Ich glaube an die Bills. Und das als Chiefs-Fan. Wie soll ich das den Leuten im Arrowhead erklären? Ja, also wenn das so kommt, ich finde auch, Carsten, vielleicht kannst du mich korrigieren oder auch der Twitch-Chat, solange ich darüber nachdenke, diese Allen-Mahomes-Nummer, das ist für mich die coolste Quarterback, ich sage jetzt aber mal Rivalität, seit Manning-Brady. Gab es für euch eine andere dazwischen, wo ihr sagt, das ist ähnlich? Also ich finde, Mahomes Allen, so oft wie die sich in den Playoffs treffen und dieses eine Spiel, was wir jetzt noch schon ein paar Mal angedeutet haben, das letzte Playoff-Game ging 42 zu 36 in Overtime aus. Wir reden nicht über die Refs, wir erwähnen aber, dass das Spiel war mit den meisten Punkten in der NFL-Geschichte in einer, oder ja, während einer, in einer Two-Minute-Warning. Also diese Two-Minute-Warning kommt und dann gab es 31 Punkte. Wie krank ist das denn? Also gab es eine andere Rivalität für euch in dieser Zeit? Keine, oder? Also Brady Manning war krass, aber danach gab es mal immer wieder so kleine Strohfeuer. Ich finde, Alan Mahomes ist da schon... Ist tatsächlich so ein bisschen wie damals Favre gegen Young. Das war genau dasselbe. Die haben auch, also beide den Raketenwerfer vor den Arm gehabt, beide haben eine geile Defense gehabt. Es ist für mich tatsächlich so das Match-Up, wo ich sage, habe ich am meisten Bock drauf. Habe ich jetzt allerdings, also negativer Faktor, ich würde mir diese Partie unter perfekten wetterlichen Bedingungen wünschen. Also vielleicht noch... Auswärtsspiel in Miami. Also man könnte vielleicht noch Rodgers, Brady sagen, aber die haben sich dafür zu selten in den Playoffs getroffen, glaube ich. Ja. Borrow Mahomes. Ich finde Mahomes, Alan ist schon das Größte. Und, aber, auf der anderen Seite, die Chiefs, sollten die gewinnen, werden sie das sechste Mal in Folge im Championship-Game. Wir haben ja das Thema Dynasty mal aufgemacht. Eigentlich ist Dynasty ja auch, dass du Titel gewinnst, und das haben sie auch schon ein paar Mal getan. Aber ich finde, das einzige Team, was an diese Patriots-Dynasty ansatzweise rankommt, sind die Chiefs, die jetzt das sechste Mal theoretisch in Folge in dieses Championship-Game kommen können. Und das dazu, also neben Mahomes, ist natürlich auch Andy Reid ein großer Faktor, den du gerade schon erwähnt hast. Ähm, ja. Was? Du tippst auf die Bills, die Plenarios tippen auf die Bills zu 68 Prozent. Die Entscheidung, die du jetzt wählen musst, ist ein bisschen wie bei Matrix. Rote Pille oder blaue Pille. Ja, ich hab eh schon verkackt. Ich bin ja, was die Gesamtpunktzahl angeht, äh, weit raus. Ich hab da keinen Druck mehr. Es steht fest, du hast ja auch alles wie die Plenarios getippt, bis auf Texans Ravens. Du hast zwei Punkte Vorsprung im Tippspiel, dass du theoretisch nur einen Punkt, äh, abgibst. Ähm, und wenn, wenn du gewinnen solltest, bist du sogar uneinholbar, weil es ja nur noch drei Spiele, äh, ja, drei Spiele gibt. Also spannend, spannend. Ich mach das, was Scorpion, unser Grafiker, reinschreibt, niemals gegen Mahomes tippen. Das hab ich in den letzten Jahren gemerkt. Ich hab den Chiefs dieses Jahr oft unrecht getan und gegen sie getippt, weil ich einfach mit dieser Offense nicht zufrieden war. Ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich, dass die Bills gewinnen. Und ich find es auch geil, dass wenn Josh Allen einfach mal seine, seine, seine Genugtuung bekommt. Aber, ich hab Bock auf ein bisschen Entertainment, ich hab Bock dagegen zu halten. Ich hab nicht Lust, dass Texans Ravens durch ist und unser Tippspiel ist, klar. Ich tippe einfach mal frecherweise, weil ich Bock hab zu verlieren, auf Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs und sage, die Refs werden wiederhelfen. Die Refs werden wiederhelfen und Josh Allen haut irgendwen um. Nein, es wird ein kaltes Football-Spiel. Pacheco macht ein gutes Spiel, die Bills-Defense ist zu verletzt. Ich tippe auf die Chiefs. Gut, dann haben wir das geklärt. Sean Hockerle übrigens, der Schiedsrichter-Sohn von Ed Hockerle. Ah, das ist ein guter. Der, nee, ist er nicht. Also, manchmal eine Fehl, also, da waren manchmal Entscheidungen dabei, wo ich gedacht so, uiuiuiuiuiuiui. Warten wir es ab. Eins ist völlig klar, Playoffs, wir haben in der letzten Folge ja auch Sprachnachrichten genau zu diesem Thema gehabt, wieso lassen die Schiedsrichter jetzt plötzlich Dinge durchgehen. Der wird sehr besinnlich überlegen und sagen, macht das hier jetzt Sinn, eine Flagge zu werfen? Denn Holding gibt es bei jedem Play, bei jedem Snap in der O-Line. Und was ich cool fand, tatsächlich auch von Hockerle immer wieder und von seiner Crew, dass Pass Interference nur dann, wenn wirklich das Jersey 90 Prozent Abstand. Denn auch, die wägen das sehr cool ab, das ist mir mal aufgefallen. Wenn jetzt der Receiver zum Beispiel so einen klassischen Push-Off macht, also, ich stoße den Defensive-Back ein Stück weg und er dann merkt, dass der Defensive-Back aber die Hand festhält, um sich wieder ranzuziehen, da gibt es keine Flagge. Das finde ich halt geil. Let them play ist hier das Motto. Ich bin mal sehr gespannt. Du gehst also mit Patrick Mahomes, ich gehe mit Josh Allen. Mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Wird spannend. Auf jeden Fall werden wir, glaube ich, sehr müde sein. Das auf jeden Fall. Blindside-Hit-TV schreibt noch rein, bitte nicht die Chiefs, die ganzen Taylor-Swift-Casual-Chief-Fans nerven mich ja jetzt schon. Da will ich gerne mal was fragen. Weil mich nerven diese Fans gar nicht so sehr. Ich finde es eher cool, wenn noch mehr Leute Football gucken und sich dafür interessieren und Fragen stellen. Mich nervt es halt nur, wenn sie zu oft Taylor-Swift im Game zeigen, wenn man auch theoretisch was vom Spiel sehen könnte oder Analyse machen könnte. Das finde ich nervig. Aber dass es jetzt mehr Fans gibt, die Fragen stellen, ist doch eigentlich was Positives, oder? Also was nervt denn an neuen Football-Fans? Das verstehe ich nicht ganz. Ich glaube, es geht mehr um Ey, ich will Football sehen, das zeigt mir nicht wie Taylor. Also wenn Taylor Swift in ihrer Box da mit Mama Kelsey rumdance, finde ich das auch lustig und ich finde, sowas kann man zeigen. Aber ich brauche jetzt nicht jede Taylor-Swift-Reaktion auf jeden Catch von Kelsey. Aber neue Fans, ist doch cool. Würden sich andere Sportarten wünschen. Finde ich eigentlich was Positives. Ja. Ja, dann lassen Sie doch einfach mal Helene Fischer verkuppeln mit, keine Ahnung, irgendeinem aktuellen Fußballspieler. Das kriegen wir hin. Marketing-Technik. Schlagen wir vor. Ich habe nicht vom Fußball gesprochen. Ich glaube, die haben schon ein paar Fans, aber keine Ahnung. Okay, gut, da kommen auch neue. Sehr schön. Es gibt tatsächlich ein Thema, was ich vorne vergessen habe, noch zu erwähnen, weil ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht in den nächsten Tagen noch was mehr zu kommt. Und dann haben wir es jetzt schon zumindest mal thematisiert. Freunde, ihr kennt doch alle RG Free, der früher Quarterback gespielt hat in der NFL. Sehr talentierter Quarterback war. Heisman Trophy Winner, College Football stark gewesen. Dann jedoch, ja, ein Freund von Kreuzmannrissen leider. Sehr, sehr oft verletzt gewesen. Jetzt auf Social Media sehr aktiv ist und als TV-Experte fungiert. Wie ich finde auch tatsächlich, weil mir nie so bewusst ist zu seiner aktiven Karriere, ich finde, sehr, sehr viele gute Takes und auch wirklich gute Sachen, die er sagt. Da bahnt sich jetzt, ich will nicht sagen, ein Beef an, aber, ja, ein Thema. Denn Jay Gruden, ja, Jay Gruden, ich betone mal den Vornamen, war ja mal Head Coach in der NFL. Und Jay Gruden war seinerzeit auch mal der Head Coach von Robert Griffin, dem Dritten, als er noch gespielt hat. und Jay Gruden hat letzte Woche bei der Wildcard-Round einen Tweet verfasst mit, ähm, wenn, also ich würde niemals irgendwie so in die Richtung, ich würde niemals meinen Quarterback in die Situation bringen, wie es gerade die Cowboys mit Prescott tun. Ich glaube, es war auf die Cowboys bezogen, auf irgendeinen Quarterback aus der Wildcard-Round. Also ich würde niemals meinen Quarterback in diese Lage bringen, wie dieses Team hier gerade. Und, ähm, Robert Griffin selbst hat das retweetet, als ehemaliger Spieler von Gruden, mit so einem Blick, in die Kamera so, wie bitte? Also, ich würde niemals meinen Quarterback so behandeln, wie das Team es tut. Und daraufhin, ähm, ja, hat Gruden noch was kommentiert, so, was das soll. Dann hat Robert Griffin ein Video hochgeladen, wie er eben erklärt, dass er schon oft auch Coaches hatte, die ihn verletzt haben spielen lassen, beziehungsweise in Lage gebracht haben, sich zu verletzen. Und Jay Gruden hat das kommentiert mit, Robert, willst du dieses Spiel wirklich spielen? Und Griffin hat darauf geantwortet, ich spiele keine Spiele mehr, ich bin retired, wenn du es nicht weißt, aber ich lade dich zu meiner Show, meiner Sendung ein, also mach natürlich Promo für seinen Podcast oder was er hat, ich lade dich ein und wir reden face to face, von Angesicht zu Angesicht, aber pass auf, ich weiß, wo deine Leichen begraben sind. Spiel nicht mit mir. Das kann natürlich nur Gelaber sein von Robert Griffin, was ich nicht cool fände, wenn es so ist, aber mal gucken, ob Jay Gruden sich darauf einlässt, weil wenn jetzt noch mehr da rauskommt und was passiert ist, ich meine, wenn jetzt Robert Griffin sich beschwert, dass sein Coach ihn zu sehr in Situationen gebracht hat, die gefährlich sind, frag mal einen Tyra Taylor, Alter, die punktieren seine Lunge. Ja, also, da gibt es auch andere Quarterbacks, die ein Liedchen von singen können, aber sollte da wirklich was passiert sein, dann finde ich, sollte Griffin das nicht abhängig davon machen, ob Gruden vorbeikommt, sondern dann soll er Tachlis reden. Dieses, wenn ich will, kann ich erzählen, finde ich meistens ein bisschen peinlich. Entweder du erzählst es oder erzählst es nicht. Ich wollte es hier mal erzählt haben, weil wenn ihr das das nächste Mal lesen solltet, habt ihr es hier schon mal gehört. Hab ich auch gesehen, hab ich mir gedacht, oh, Tegi, pfff, also, ja, also wir alle kennen auch die Geschichten von, also, ja, also, boah, ey Kinder. Aber weißt ja nicht, was er meint, ne? Genau, das ist halt der Punkt, also RG3 war jetzt auch nicht der Franchise-Leading-Quarterback, der durchgehend die besten Leistungen abgeliefert hat. Da waren teilweise auch manchmal Momente dabei, wo ich gedacht habe, Tegi, was machst du da? Das ist jetzt alles Schnee von gestern und ich finde, das ist jetzt alles abgehakt. Wenn man das jetzt wieder rauskramt, ich finde ja, die Aussage von Gruden ist ja teilweise richtig. Also, Deg Prescott auch medial jetzt nicht in Schutz zu nehmen und zu sagen, natürlich ist es... Sorry, es war nicht Prescott, es war Jalen Hurts, ich hab grad nachgeschaut, ich hab mich vertan. Jalen Hurts war's. Die Eagles hätten Jalen Hurts nicht gut behandelt in irgendeinem Offense-System. Das hat Gruden gesagt. Okay. Ja, macht doch, was ihr wollt. Kloppt euch. Mir egal. Und zur Geschichte nochmal, also 2014 war Griffin unter Gruden bei den damaligen Washington Redskins und Griffin hat diese schwere Knieverletzung gehabt und musste wahrscheinlich dann zu früh spielen. Es wird darauf hinauslaufen, aber ihr habt das Thema schon mal gehört, falls die nächsten Tage was dazu kommt, könnt ihr sagen, Pille für Mann, ich weiß Bescheid. Mehr gibt's dazu erstmal nicht. Wir haben die Division Round getippt. Ich freu mich sehr auf dieses Wochenende. Kurz mal nachschauen, ist das letzte Spiel wieder montags, Carsten? Ich hab grad nicht, das ist im Kopf. Müsst du dienstags aufnehmen oder Montag? Sunday mitten in der Nacht, also Montagmorgen. Sunday mitten in der Nacht. Und dann Monday, oder? 12.30 Uhr. Ja, nachts. Ach so. Ah, also es wäre trotzdem cool, wenn wir dienstags aufnehmen können, weil ich montags wieder die Webshow hab. Ja, dann machen wir das Dienstag, dann machen wir es Dienstag irgendwann im Laufe des Vormittags, das kriegen wir doch alles hin. Am besten um 16.30 Uhr, weil ich daran arbeite. Aber ja, Dienstag wäre geil auf jeden Fall. Dienstag wäre schön oder Montag ganz spät. Ach, wir müssen ja, dann lassen, pass auf, dann machen wir es Montag ganz spät, dann kann ich es Montag Abend hochladen, dann ist es Dienstag da. Von mir aus geht das auch. So, haben wir das doch geklärt. Also Freunde, Sprachnachrichten bis Montag, 15 Uhr bitte, auf die bekannte Pillennummer und dann diskutieren wir, dann streiten wir. Dann machen wir es wie RG Free und Gruden. Wir treffen uns in der Sendung die Pille für den Mann und diskutieren drüber. Du hast die letzten Worte, wie immer. Wähle sie weise, mein Freund. Viel Spaß beim Playoff Football und Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Also pass auf.